Sehr verehrter Herr Alpbundesrat, Dr. Christoph Blocher, Frau Nationalrätin und nächste Ständerätin vom Kanton St. Gallen, Esther Friedli, Herr Nationalrat, Roger Köppel ist noch nicht da. Sehr verehrte Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, getreue, liebe, mittleren Leute, geschätzte Freunde von nah und fern. Er sagt nämlich, ich habe es vorhin gesehen, irgendwo da hinten ist er, ich habe einen Kollegen gesehen, der von Strasbourg hierher gekommen ist. Und dann habe ich mir gedacht, wenn man so nahe beim Europarat wohnt und jeden Tag so viele Kabis gehört, dann muss man sich einmal auf den Weg hier machen. Ich begrüsse Sie alle recht herzlich in meinem Namen und im Namen der SVP des Bezirks Seegaster, hier im Kreuz in Jona. Ein grosses Lob an Sie alle, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wir mussten den Saal aufzutunen, wir hätten nicht mit so vielen Leuten gerechnet, aber umso besser. Wieso sind wir heute da? Wir sind heute da, weil wir das machen sollen, was wir bei einer Problemlösung immer machen müssen. Und das ist eine Lagebeurteilung. Wir wollen uns fragen, wie steht es um Freiheit und Sicherheit von diesem Land? Und dazu gehören insbesondere auch die Neutralitäts- und Europafrage. Und es freut uns, dass wir zu diesen Themen die besten Redner, die unser Land zu bieten haben, hier heute begrüssen dürfen. Inhaltlich würde ich nichts mehr sagen, da gibt es andere Leute, die heute hier sind, aber ich möchte Ihnen eines ans Herz legen. Wir haben es gestern gesehen, die SVP vom Kanton Zürich hat um 0,45 Prozentpunkte zugelegt. Bei den Kantonsratswahlen, das ist mehr als jede andere etablierte Partei. Die Sitz sind nicht so entscheidend, die Wahlprozente sind wichtig. Und das zeigt wieder einmal, wenn man eine neutrale, sichere, unabhängige, direktdemokratische Schweiz wende, wo die BürgerInnen die Zukunft des Landes bestimmen, dann müssen wir an die Säcke, dann können wir nicht nur zuhören. Und an die Säcke gehen heisst, wir müssen SVP wählen. Und das gilt nicht nur für ZürcherInnen und Zürcher, sondern auch jetzt für St. GallerInnen und St. Galler, weil wir haben ein super Wahljahr bei uns. Wir haben am 12. März Ständeratsersatzwahlen und eine hervorragende Kandidatin, die sich nachher selber vorstellen wird. Jetzt habe ich noch ein, zwei organisatorische Bemerkungen über den Ablauf von heutigen Abend. Sie werden im Anschluss drei Referate hören. Anfangen wird Dester Friedli. Sie wird sich vorstellen und über Ihre Ständeratskandidatur reden. Dann kommt der Herr Allbundesrat Dr. Christoph Blocher und referiert über das Wesen der schweizerischen Neutralität. Und zum Schluss spricht der Herr Nationalrat Roger Köppel über die Frage, gehen wir schleichend in die EU. Nach dem Referat gibt es eine Fragerunde, die können Sie dann Fragen stellen. Und im Anschluss, einen offiziellen Teil, laden wir Sie alle ganz herzlich zu einem Aperon da draußen ein. Sie haben da die Möglichkeit, das Blocher-Prinzip zu kaufen, zu einem Spezialpreis von 20 statt 29 Franken. Und der Herr Dr. Blocher hat sich sogar dazu bereit erklärt, das Buch zu signieren. Aber machen Sie schnell, es hat nur 62 Exemplar. So, ich habe geschlossen. Begrüssen Sie alle ganz herzlich mit mir. Dester Friedli. Applaus Danke dir. Danke. Danke. Ja, geschätzter Herr Altbundesrat Dr. Christoph Blocher, geschätzter Herr Regierungsrat und heute gewählter neuer Regierungspräsident oder künftiger Regierungspräsident vom Kanton St. Gallen, Stefan Köliker, geschätzte Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, liebe Frauen und Männer. Wow, ich bin wirklich überwältigt, wie viele Leute heute Abend den Weg hier zu uns ins Kreuz in Jona gefunden haben. Und es ist immer schön, wenn man vor vollen Rängen reden kann. Ich möchte mich nur kurz vorstellen und ich möchte aber in den nächsten 5 bis 10 Minuten etwas über meine Politik sagen, über meine Werte und für was, dass ich einstehe. Weil am 12. März seinem Kanton St. Gallen, der Mihailo, hat es gesagt, Ersatzwahlen im Ständerat. Der Paul Rechsteiner, Ständerat SP, ist zurückgetreten, per Ende Jahr vorzeitig. Und darum finden die Ständeratsersatzwahlen statt. Und es gibt die einmalige Gelegenheit, die wir jetzt haben, dass wir diesen Ständeratssitz wieder zurück von der SP in die bürgerliche Hand nehmen können. Der Beni Wirt, da aus Jona, ist der Ständerat. Er ist der Mitte-Ständerat. Und er, sein Sitz, steht jetzt nicht zur Diskussion. Es geht wirklich um die Ersatzwahl in den Ständerat von Paul Rechsteiner. Und das, was wir die letzten Jahre erlebt haben im Kanton St. Gallen im Ständerat, das ist ein bürgerlicher Ständerat und ein SP-Ständerat. Und sie haben sich in ganz vielen Fragen nicht gleich abgestimmt. Und dadurch haben sie eigentlich die ganze Kraft vom Kanton St. Gallen gar nicht eingebrungen. Weil wenn beide zu Hause gewesen wären, hätte es ja gleich viel genützt. Sie haben sich nämlich wieder aufgehoben. Darum ist es wichtig, dass in Zukunft eine einheitliche, eine bürgerliche Standesstimme ist. Dass der Kanton St. Gallen mit einer Stimme im Ständerat antreten kann. Mein Name, viele von euch kennen mich oder haben vielleicht schon mal etwas von mir gehört. Esther Friedli wohnen in Toggenburg, im Wendel oben auf über 1000 Meter um den Hof Hundzurücken. Zusammen mit meinem Partner, Antoni Brunner. Und wenn wir nicht in den Bauernhof führen, dann haben wir noch ein Restaurant, das Haus der Freiheit. Wir versuchen, Landwirtschaft und das Gewerbe zusammenzubringen. Wir versuchen, in unserem Betrieb das Leben, das wir eben auch politisch wollen. Wir wollen regional sein, wir wollen lokal sein. Wir wollen Arbeitsplätze vor Ort arbeiten. Und das alles ist ja auch unsere Politik, die wir vertreten. Denn meine Politik, die ich vertritte, das ist eine wertebasierte, eine werteorientierte Politik. Und dazu gehört für mich die Eigenverantwortung. Die Eigenverantwortung ist zentral und sie sollte uns jeden Tag leiten. In dem, dass wir selber für unser Leben verantwortlich sind und dass wir versuchen, selber etwas zu machen. Es ist nicht so, dass der Staat alles regeln sollte. Das, was der Staat nicht regeln muss, das sollte er nicht regeln. Und die Eigenverantwortung, die ist mir jeden Tag wichtig. Eben auch in dem, dass wir selber ein Gewerbe haben, dass wir selber schauen, dass wir Arbeitsplätze schaffen können. Und dort versuchen wir auch, möglichst vielen Leuten eine Perspektive zu geben. Ein weiterer Wert, der für mich zentral ist, das ist die Familie. Die Familie ist die kleinste Einheit unserer Gesellschaft und sie ist die Basis unserer Gesellschaft. Hier müssen wir Sorge halten und müssen schauen, dass sich die Familien so entfalten können, wie sie wollen. Es gibt Familien, wo die Mutter zu Hause sein will und die Kinder schauen. Es gibt aber auch Mütter, die arbeiten wollen und dort muss man schauen, dass es verschiedene Formen gibt und dass wir alle Familien gleich unterstützen. Es kann nicht sein, dass wir vom Staat her ein Familienmodell fördern. Ein anderer ganz, ganz wichtiger Wert ist mir die Unabhängigkeit. Die Unabhängigkeit und die Freiheit. Und jetzt sage ich immer, die Unabhängigkeit und die Freiheit von uns Bürgerinnen und Bürgern, damit wir unser Leben so entfalten können, wie wir wollen. Aber im zweiten Schritt, und das ist gerade so wichtig, auch die Unabhängigkeit und die Freiheit von unserem Land. Und darüber werden wir ja heute Abend noch ganz viel hören. Und da freue ich mich darauf, ganz speziell, dass der Altbundesrat Christoph Blocher hier dazu wird Ausführungen machen. Zu der Unabhängigkeit gehört für mich aber auch die Weltoffenheit. Ich sage immer, wir Schweizerinnen und Schweizer, wir sind weltoffen. Wir wollen mit der ganzen Welt offen sein, in dem Sinn, dass wir mit der Welt Handel betreiben wollen, aber was wir nicht wollen, ist, uns irgendwo einbinden zu lassen. Wir wollen selber als Land bestimmen, welche Gesetze bei uns gelten und wie wir diese umsetzen wollen. Weitere Werte, die mir wichtig sind, das ist die Verlässlichkeit. Die Verlässlichkeit, dass man weiss, wenn die Politik oder was in der Schweiz gilt, dass man das auch einhalten soll. Und dort ist die Verlässlichkeit der Politik, in dem, dass sie Volksentscheid umsetzen, zentral. Aber die Verlässlichkeit ist auch wichtig, dass sich Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Wirtschaft, dass man sich darauf verlassen kann, dass die Gesetze, die in der Schweiz gelten, dass die auch umgesetzt werden. Und dazu gehört auch die Glaubwürdigkeit. Die Glaubwürdigkeit der Politik und die Glaubwürdigkeit von uns allen, von jedem Einzelnen. Und ich habe es am Anfang gesagt, auch wir Politikerinnen und Politiker sollten mit gutem Beispiel vorangehen. Wir sollten eine glaubwürdige Politik machen und das, was wir jeden Tag leben, auch umsetzen. Mir ist das ganz ein wichtiges Anliegen und ich versuche das immer zu machen. Und wenn ich abschliesse mit den beiden letzten Werten, die mir wichtig sind, dann ist das der Zusammenhalt, der Zusammenhalt der Gesellschaft über Generationen. Und dort braucht es eben auch nicht den Staat, sondern gerade am Abend, wie heute am Abend, oder in ganz vielen Vereinen, die unser Land so immer zusammenhalten, das gibt einen Zusammenhalt. Auch unsere Kultur, unsere Traditionen, diese verbinden. Und der letzte Wert, der mich ganz immer, der mich auch immer leitet, das ist die Zuversicht. Zuversicht und der Optimismus für eine gute Zukunft. Bei der Zuversicht habe ich das Gefühl, die sei im Moment wichtiger denn je. Und da möchte ich mithelfen, dass auch die Politik eine Zuversicht ausstrahlen kann, damit die Zukunft auch gut wird. Gern möchte ich noch etwas sagen, für was ich mich einsetze als St. Galler Ständerätin. Denn Ständerätin ist eine andere Funktion als Nationalrätin. Es gibt zwölf Nationalrätinnen und Nationalräte für den Kanton St. Gallen und nur zwei Ständeräte. Und als Ständerätin, bin ich mir bewusst, ist man die Vertreterin für den Kanton, für den Stand St. Gallen. Und dadurch bringe ich die Anliegen und möchte die Anliegen von allen St. Gallerinnen und St. Gallern einbringen. St. Gallen ist ein Ringkanton, unglaublich vielfältig. Es gibt einen grossen Unterschied auch in der Kultur der einzelnen Regionen. Aber als Toggenburgerin vertritt ich die ländliche Region des Kantons. Und ich werde eine gute Ergänzung zum Beni Wirt von Rapperswil-Jona, der den städtischen Teil des Kantons abdeckt. Zusammen mit dem Beni Wirt möchte ich mich einsetzen, dass Infrastrukturprojekte, die der Bund finanziert wird, viel verstärkt auch in der Ostschweiz realisiert werden. Das gehört der öffentliche Verkehr dazu. Aber genau gleich gehören da auch die Strassen dazu. Gerade nächstes Jahr wird im Bund über viele Milliarden abstimmen, dass auch Strassenbauprojekte in der Ostschweiz realisiert werden können. Aber es gibt noch weitere Bereiche. Denken wir da an die Bildung, in den Bereichen der Berufsbildung, der höheren Bildung oder auch von den Universitäten und von den Innovationen. In diesem Bereich zahlt der Bund viel. Und da möchte ich einen Beitrag leisten, dass die Ostschweiz speziell berücksichtigt wird. Und als letztes Zahlungen, die Ostschweiz und der Kanton St. Gallen sind nur stark, wenn wir über den Kanton hinweg zusammenarbeiten. Wenn es uns gelingt, für die Ostschweiz, und da denke ich an alle Ostschweizer Kantone, vom Kanton Schaffhausen bis zum Kanton Graubünden, eine Einheit zu bilden, damit wir Projekte in die Ostschweiz bringen können und damit wir die starke Stimme für die Ostschweiz einbringen können. Dafür möchte ich mich einsetzen. Und für alle St. Gallerinnen und St. Galler in diesem Raum, ich weiss, es hat auch ganz viele von anderen Orten, würde es mich sehr freuen, wenn ihr bei meinem Namen ein Kreuzchen machen würdet. Herzlichen Dank. Ja, liebe Esther, vielen, vielen herzlichen Dank für die Ausführungen. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute. Und Sie wissen, was zu machen ist. Eins Kreuzchen am 12. März, Esther Friedchen. Ja, nicht zwei, sonst ist es nicht mehr gültig. Ja, ich habe mir lange überlegt, wie ich den nächsten Redner vorstellen soll, weil sie kennen ihn eigentlich alle. Und wie stellt man jemanden vor, den alle schon kennen? Industrielle, Grossunternehmer, Altbundesrat, die bedeutendste Politpersönlichkeit in der Schweiz vom letzten Jahrhundert und Neuidem, das muss man auch noch sagen. Aber ich habe gedacht, ich wähle die Einführung, die Dr. Christoph Blocher selber auch am liebsten ist und hat. Und das ist, er ist gelernter Bauer. Und das ist sein erster und sein einziger Beruf. Und wissen Sie was? Ich war beeindruckt, als ich das erste Mal den Dr. Blocher getroffen habe, mit meinem Kollegen, der heute auch hier ist, im Landesmuseum in Zürich. Weil man merkt, dass er einmal hat, er musste Herr Töpfel auflesen. Er ist am Boden geblieben und bei den Leuten. Und das zeichnet ihn aus. Sehr verehrte Damen und Herren, begrüssen Sie mit einem tonnenden Applaus der Altbundesrat Dr. Christoph Blocher. Ja, liebe Frauen und Männer, ich bin mit gemischten Gefühlen hierher gekommen. Das ist eine gefährliche Bühne für mich. Ja, da wäre ich fast schon mal umgekommen. Das ist ja so, jetzt mehr als 20 Jahre her, da hat ein Verein, der Gewerbeverein, da hat es mal Jona und Rapperschwein, es sind noch zwei Gemeinden gewesen, ich habe über 100 Jahre vier gehabt. Und ich wollte, dass ich hier hinten komme, bei Jubiläum und das Feuer gehe und ein Rädchen halten, also so wie heute Abend. Und dann habe ich gesagt, nein, ich habe keine Zeit. Und dann hat sie gesagt, ja, Mann, können Sie doch kommen. Und ich sagte, wann ist denn das? Ja, es war im Juli, am Freitagabend. Also ich sagte, wann ist denn die vier? Ja, die fängt am 6 Uhr an. Dann habe ich noch angeschaut, im Kalender, und ich sagte, ja, gut, das könnte ich noch machen. Ich komme ja gerade von dem Artempf von der Fabrik, dann fahre ich da vorbei, schaue, dass ich am 6 Uhr hier bin, also nachher muss ich nach Hause, ich kann nicht immer in der Nacht hier noch, bin immer festgeblieben. Ich bin zufrieden gewesen, bin ich an diesem heissen Abend hier oben runtergefahren, am Freitagabend, und da hat so ein sehr viel Auto auf dieser Strasse hier, wo wir hier auf Rapperschwilje gefahren sind. Da habe ich gemerkt, also jetzt, das reicht nicht mehr, es ist jetzt 20.06 Uhr, wir sind erst da, da habe ich gesagt, dem Chauffeur, lassen Sie mich raus, und ich krebe da im Laufschritt da vorne. Und da bin ich noch jünger gewesen als heute. Ich komme nachher, und es war wahnsinnig ein heisser Sommerabend und ich war flottschnass, so habe ich geschwitzt, als ich da unten nie gekommen bin. Und da hinten sind alles feierlich, angeleitet, gewerbetriebene Gesetze, schöner schwarzer Anzug, es war ein dunkler Anzug, ein dunkler Saal, und ich musste dafür reden. Da hatten wir noch ein anderes Pult gehabt, da bin ich ein bisschen beruhigt, weil da vorne so eine Stehlämpli mit dem Licht und nebendran eine Lautsprecheranlage. Und dann, weil ich ja meistens nicht mit dem Maul, sondern mit den Händen, dann habe ich so einmal zwischendrin hier angelangt und gleichzeitig hier und dann habe ich die Finger nicht mehr weggebracht, dann hat man wehtun und hat es tätscht und geklöpft, dann ist es dunkel gewesen. Ich bin froh gewesen, dass es dunkel gewesen ist, dann haben die Journalisten vorne geguckt, sie haben mich gar nicht mehr gesehen. Aber ich habe gemerkt, es ist etwas passiert, es haben gesagt, die Sicherung hat es rausgejagt, und ich habe gemerkt, da tun wir die Hände so weh da, ich habe da ein Blas Wasser gehabt, ich habe verbrennte Hände und da oben ist alles starr. Da habe ich gesagt, jetzt nur nichts anmerken lassen. Jetzt, jetzt haben sie gesagt, ja, es geht, jemand kann die Sicherung hier tun, ich sage, ja gut, sobald es das Licht gibt, muss ich tun, wenn nichts wäre. Ich war froh gewesen, da hatte ich eine Szene mit dem Titel vom Referat, wo ich war, habe ich nicht mehr gewusst, aber ich habe dann einfach geschnoet, einfach, was mir gerade in den Sinn gekommen ist. Und dann, und das hat wehgetun, etwas Wahnsinniges, da muss ich sagen, da ist eine Servietochter hinten dran gewesen, die hat den Vorhang durchgeschaut. Da ist der eine hatte er sofort gemerkt, dass ich kein Wasser mehr habe, ist mit einem Kübel gekommen, mit kaltem Wasser und er hat gesagt, ich habe immer die Hände zwischen den Kübeln zu tun. Also, es war wirklich ein Erlebnis. Und dann habe ich noch wichtig gesagt, so hat noch einer eine Frage. Und wirklich, hat also kein Journalist etwas geschrieben, was liegt, oder? Ich habe es ja auch nicht recht gewusst, was liegt. Ich habe nur gewusst, dass ich alles hier die Finger verbrennt habe und hier oben alles starr. Und dann bin ich nach Hause, bin sofort zum Doktor und dann sagt, ja, das ist ja wahnsinnig, wie das hier oben verhärtet ist und die Finger verbrennt. Das ist wahrscheinlich ein Strom, ein Stoss gewesen, den sie da erlebt haben. Dann habe ich die ganze Nacht gelaufen und bin noch gelaufen und so, damit es ein bisschen Bewegung ist. dann, am Montag, rufen wir einen Beamten an, vom Stachstrom Inspektorat von Bern, von einem gemütlichen Beamten, ja, Herr Nationalrat, wir haben gehört, es ist da etwas passiert, die Ohne. Da habe ich gesagt, ja, wirklich ist etwas passiert, die Ohne. Ja, Herr Nationalrat, dass ihr noch lebt. Da habe ich gesagt, ja, wenn sie lebe ich noch. Warum fragen, wieso, finde ich das so komisch für sie? Dann sagt er, ja, sie haben ein Stromkloss gehabt, wir haben das untersucht, es war nicht die Erde und der Strom ist dort durch. Und dass sie noch lebt, das ist ja wie ein Wunder. Ich sage, ja, also, das lebe ich noch. Und ich glaube, das kommt dann wieder. die Hände werden da, die Wand unten gehen da noch weg und da. Dann sagt er, habt ihr geschwitzt? Dann habe ich gesagt, hey, ich habe geschwitzt, wenn es auch mir ist das Wasser runtergelaufen. Da, da, krämpft in der Hitze. Dann hat er gesagt, das hat ihnen das Leben gerettet. Durch das ist der Strom aussen durch und nicht durchs Herz. habe ich gesagt, ja, das habe ich nicht gewusst. Das ist also nicht mehr verdient. Das ist nicht das, dass ihr meint, ich sei gerannt, damit ich schwitze, damit der Strom rüberdurch. das ist gerade zwei Jahre vor einer Ergänzungswahl gewesen, am Nationalort. Da habe ich meiner Frau gesagt, das, jetzt gesehen, ich glaube, das ist, glaube ich, schon ein Fingerzeig. Liebgut tut, dass ich noch mal kandidiere, sonst hätte er mich sterben lassen. Da hat sie gesagt, das ist ein ganz anderes Zeichen. Er wollte sagen, den soll man nicht mehr ans Mikrofon lassen. Also, mit dem Gefühl bin ich gekommen und ein Stadttropf von Jona hat sich dann auch entschuldigt und hat mir noch eine Flasche von Jona Wein geschickt. Ich habe ihn aber noch nicht getrunken. So, aber wegen der Wände haben sie mich jetzt nicht eingelassen. Ich bin gekommen zu meinen Reden und ich bin gekommen, aus dem Grund bin ich lieber gekommen als wegen dem Pult. Das ist, weil der Kanton St. Gallen steht vor einer wichtigen Wahl. Es wäre wirklich gut und wichtig, wenn das der Friedlichständer Röttin würde. Das wäre wirklich wichtig. Weil es geht nämlich jetzt um vieles. Schon lange, schon Jahre und immer dasselich um die Grundlagen von unserem Land. Sie können anschauen, alle Berichte, auf der Welt gemacht werden, in welchem Land geht es wirtschaftlich am besten, wo haben es am wenigsten Spannungen, gibt es sogar ein Glücksbarometer, den wir am vordersten haben, überall sind wir am vordersten Rängen und und die kleine Schweiz steht überall vorderst. Warum? Weil wir Staatssäulen haben, die besser sind als die anderen, mindestens für einen kleinen Staat. Und weil wir nicht eine Europäische Union sind, das kann ich Ihnen sagen. Wenn wir dort wären, dann ginge es uns schlechter und das ist der Grund, warum es weniger schlecht geht als denen, die dort sind. Ich will nicht gegen die EU etwas sagen, das ist mir gleich, wenn die anderen das wollen, sollen sie das machen, aber wir wollen es nicht. Und warum wollen wir es nicht? Weil ihr die Bevölkerung abgestimmt haben. Ich sage, da sind St. Galler auf der richtigen Seite gewesen. Und habe gesehen, es hat noch Schweizer, die da sind, die sind natürlich sowieso auf der richtigen Seite gewesen. Es sind schon 1291 auf der richtigen Seite gewesen. Und wenn wir keine Volksabstimmung hätten, wären wir dort drin, dann wäre es schief gegangen, weil alles, was sogenannte Rang und Namen gegeben hat, die wollten alles hier. Da sind also ganz zu wenig gewesen, die gesagt hat, das wollen wir nicht. Man hat dem Schweizer Volk, wenn wir dort drin gewesen wären, hat man Stimmrechte weggenommen, man hat das machen, die in Brüssel befehlen, da ist natürlich der Politiker in Bern gleich, die wären ja dort, kann man nicht mitschnorren, dort sind ja alle für alles verantwortlich, aber niemand für etwas, und das ist natürlich schön, aber Bürger können nichts mehr sagen, das war ja der Grund und das ist eine der wichtigen Staatssäule, also die Unabhängigkeit der Schweiz, die in der Bundesverfassung steht, vorderst gewonnen, Wahrung der Unabhängigkeit, wir bleiben selbstständig und wir sind nicht bereit, unser Stimmrecht der Bevölkerung wegzugeben. Und dass die anderen keine Volksabstimmung haben, das ist nicht unser Problem, sondern nicht ein Problem. Wir machen es so. Und zu den wichtigen Staatssäulen, wir haben die Obahnung gesehen, Freiheit und Sicherheit sind ja, frei und sicher. Die Grundlage ist, dass wir das behalten. Eine unabhängige Schweiz, eine direkt demokratische Schweiz, wo die Bürger, Letzte Worte, Gesetz und Bundesverfassung und eine neutrale Schweiz steht auch in der Bundesverfassung. Die Schweiz ist neutral. Und alle die wichtigen Güter sind heute in Gefahr. Es ist ganz verrückt, dass die Sachen, die die Stärke der Schweiz ausmachen, in Gefahr sind. Sie wollen die Unabhängigkeit preis geben, überall, sie mitmachen, im Ausland. Zweitens, sie wollen den Stimmbürgern Stimmrechte wegnehmen, sie wollen fremde Richter, der EU-Gerichtshof entscheiden, wir haben schon 1291 hier, die paar auf dem Rüttli, die Bauern gesagt, wir wollen keinen fremden Richter haben. Keinen! Fertig! Und ist ein Ewiges Bündnis, das gilt für alle Zeit. Das müsst ihr einfach wissen. Gehören immer Politiker sagen, ja, die Welt hat sich geändert. Die Welt hat sich immer geändert. Die Menschen sind immer gleich. Als ich junger Nationalrat wurde, sagte mir einen alten, erfahrenen Nationalrat gesagt, du musst reden politisch und nicht weiss wie anfangen, musst einfach sagen, die Welt hat sich verändert. Nein, das stimmt immer, das ist nie falsch, du kommst einen Applaus rüber für den Seich, oder? Aber höre ich heute jedes Mal, die Welt hat sich verändert. Die Welt hat sich aber geändert. Nein, das war das Mal. Das habe ich jeden Tag gesagt, die Welt hat sich verändert, nur ist sie immer gleich. Zur Zeit ist das grosse Gut, das die Schweiz Frieden gesichert hat. Während 200 Jahren, während die zwei schrecklichsten Kriege waren, im letzten Jahrhundert, der Erste Weltkrieg 1914-18, der Zweite Weltkrieg 1939-45, die Schweiz mitten in dem Kuchen gestanden ist, die grösste Gefährdung, hat in der Schweiz Frieden geherrscht. Wenn junge Leute Frieden schreiten, dann sagen, sie sind noch nie im Krieg. Das ist etwas Furchtbares. Das ist ein wichtiges Anliegen von einem Land, wie man den Frieden wahren. Und die Schweiz hat den Frieden gewahrt, weil wir das Prinzip haben, von den immerwährenden Bewaffneten, also mit der Armee, und umfassenden Fachleuten sagen, dem Integralen Neutralität. Und seit 200 Jahren haben wir das. Und jetzt seit etwa 16 Monaten haben sie angefangen über den Haufen zu fallen. Ich hatte die letzte Diskussion mit dem Chef von der NZZ über Neutralität. Was hat er gesagt? Ja, aber die Zeit hat sich geändert. Nein, da muss schon Chefredachter sein, von der grössten Zeitung, wie das raus wird. So, jetzt gehen wir geschwind in das hin. Was ist denn Neutralität? Und wie sieht die Geschichte eigentlich aus? Die Wurzeln, dass das kleine Land Schweiz sollte neutral sein, gehen weit zurück. Da haben sie es noch nicht aufgeschrieben. 1515 Schlacht bei Marignano. Die Schweiz hatte mal eine Zeit, war in Saum nachgegangen. Dann sind die Franzosen gekommen und den Krieg geführt und sagten, die fallen raus aus Uber Italien. Das war Marignano und dort haben wir verloren. Schrecklich verloren, aber es war gut, dass wir verloren. Das hat Schweizer die Augen aufgetan. Hört, so hat es später der Bruder Klaus ausgedruckt, wird zugeschrieben, macht den Zaunen nicht zu weit, macht den Radius nicht zu groß, bleibt aber die Welt kann sich auch ändern, Politiker bleiben auch immer gleich, die möchten gern immer grösser, mehr, höchere Ruhe, weiter, Macht und so weiter. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, oder? Und dort hat man gemerkt, nach Marignano sie ist viel gescheiter, wir bleiben bei uns selber. Und immer in der Schweizer Geschichte hat man sich wieder auf sich selber zurückbezogen. Das ist nämlich interessant, wir haben in unserem Land, seit dem Römischen Reich, eigentlich kennen gehabt, der uns eropert hat. Bei aller geänderten Welt, die eropert hat. Bis 1798 Napoleon einmarschiert ist mit der Armee und die Schweiz unter Knoten genommen. Und da ist ganz Europa in Unordnung gewesen. Mal hatten wir vier Armeen in der Schweiz. Russen, Brüssen, Franzosen, Tapsburger, sind da nicht alle vier in der Schweiz wollen, sondern sie haben die vierte bekämpft in der Schweiz. Die Innerschweizer kennen das. In Rüstalen Sumerhof denken, das war, weil die Russen über den Gotthard reinkommen sind. Alle Dörfer leer gefressen haben, weil sie so Hunger haben. Und jetzt haben sie noch nicht das Denkmale. Da hat man einen Russen gesagt, der in der Schweiz lebt. Die Schweiz ist schon das komischste Volkhausgift. Ihr habt vor allem Denkmäler, die daran erinnert, wo andere ein Seich gemacht haben und hier verungert sind. Sumerhof Denkmale oder das dort der General Sumerhof ist das gewesen. Und wenn ihr auf Luzern gehen ins Löwen Denkmale, das ist wegen den armen Schweizer, die den dekadenten französischen König bewacht und gestorben sind, dann hat es auch noch ein Denkmale bekommen. Und in Marignano, wo wir verloren haben, haben wir sogar im Nationalmuseum als Hauptgemälde den haben. Also wir machen vor allem Denkmale für die, die wir verloren haben. Aber es ist vielleicht auch noch tiefsinnig, aus dem Verlust oder dort, wo man verliert, das ist im persönlichen Leben auch so. Das kann plötzlich wichtiger sein, als dort, wo man gewonnen hat. Politik habe ich das auch schon erlebt. Also für die, die wieder zum Nationalrat ausgeholt haben, wo es gesagt hat, dass ich wieder rausgehen soll. Hinterher muss ich sagen, ich höre viel mehr Gewicht als die Bundesorte. Dort durfte ich nicht alles sagen, was ich gedacht habe. Es war alles geheim und ich weiss nicht, was alles. Und dadurch habe ich frei Reden und habe mehr Einfluss. Und jetzt danke ich jeden Tag und lieb Gott, dass mich die anderen rausgeholt haben. Ja, wurde Neutralität in der unruhigen Zeit, wo die Franzosen mit der Schweiz versucht haben, er war nicht so lange da. Nach zehn Jahren ging er wieder, weil er gesagt hat, mit diesen dummen Seekern kannst nichts anfangen. Die Schweizer sind furchtbar, leihst etwas festes, furchtes, dann alle dummen schnüren und jeder sagt, man muss es nicht so machen. Das ist heute noch so. so. Als Bundesrat hat er gesagt, wenn die üppisch blühen, sind alle dumme schnüren. Das gehört dazu. Das ist der oberste Chef, der darf auch dumme haben. Das hat Napoleon nicht begreift. Aber ist erst gegangen, als er den ganzen Goldschatz von den Berner gestohlen hat. Nicht, dass er meinte, er sei ein Uneigennütziger gewesen. Er hat schon gewusst, was er machen muss. Und dort hat man den völkerrechtlichen Europa neu geordnet. Und hat einen grossen Kongress gemacht, den Wieler Kongress. Und dort hat man sagen, was macht man auch mit der Schweiz. Dann haben wir einen schlauen Wartländer gehabt, der hat gesagt, wir sollten jetzig von den anderen beschlossen haben, dass die Schweiz neutral ist. Und zwar immerwährend bewaffnet integral neutral. Aber wenn wir das sagen, ist nicht gut. Ist zu den Russen gegangen. Wenn die Russen sind, sind vier mehr . Russen und Franzosen und Habsburg sind da gewesen, hat zu den Russen gesagt, könntest du nicht verlangen, dass die Schweiz neutral sein muss. Das ist doch auch in deinem Interesse, dass die Schweiz neutral ist. Die anderen sind dann näher bei den Schweizer und die Franzosen usw. Das hat der Russen gemacht. Dann hat die anderen gesagt, dann müssen wir zuerst die Schweiz fragen. Dann hat die Schweiz gesagt, gut, wenn ihr meint, wir neutral sind. Jawohl, gut, also gehen wir nach, dann sind wir neutral. und dann haben wir sie und sind völkerrechtlich anerkannt, die besondere Neutralität, immerwährend bewaffnet und integral. Es gibt noch andere Staaten, die sind neutral, aber es gibt keine, die immerwährend sind. Beispiel Schweden, Finnland, aufgehend, weil sie die NATO wollen, die haben, sind auch neutral, aber nur, sie sind neutral, bewaffnet, haben auch noch mehr, aber nur gerade von Fall zu Fall. Ja, bei dem Krieg sind wir neutral, bei dem sind wir jetzt nicht neutral. Ah, nein, bei keiner sind wir jetzt nicht neutral, und im Zweiten Weltkrieg haben sie gesagt, moll, da sind wir neutral, aber das ist halt nicht ernst genommen worden, die sind alle, obwohl sie neutral waren, sind überrennt worden. Aber die schweizerische Neutralität, die besondere, die ist seit da, also die über 200 Jahre fest, in unserem Land, und sie wird auch angewendet. Man hat sie dann einmal nicht angewendet, und das ist schief rausgekommen. Nach dem Ersten Weltkrieg hat man gesagt, jetzt machen wir einen Friedensbund, etwas, wo die Welt so zusammenbindet, dass es keinen Krieg mehr gibt. Das war der Völkerbund. Der ist das gleich wie heute UNO, wo man nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht hat. Ihr schaut ja auch, dass es nirgends mehr Krieg gibt. leben das ja. Und sie hat gesagt, also Völkerbund. Und die Schweiz hat dann auch gesagt, ja, sollen wir nicht bei, ich kann schon nicht dagegen sein, für eine Organisation, die Frieden, die und so weiter. Dann hat man Volksabstimmung gemacht und die Gegner haben knapp verloren und wir sind dann beigetreten. Aber der Völkerbund hat gesagt, wer bei uns dabei ist, kann schon neutral sein, aber nur in Bezug auf militärische, aber nicht integral. Was heisst denn integral? Was heisst umfassend? Das heisst, man darf sich nicht in freundlich Krieg einmischen, aber nicht nur militärisch nicht, sondern auch mit anderen Waffen nicht, die nicht militärisch sind. Die nicht militärischen Zwangsmassnahmen, zum Beispiel, wenn man sagt, bevor man ein Land angreift, ich schaue, dass ihr zum Beispiel keine Diplomaten demokratische Beziehungen haben, oder wir haben ein Reisenverbot von euch hierher, oder das bekannteste Wirtschaftsmaßnahmen. Das ist eine der ältesten. Man sagt, nicht militärisch, aber wir schauen, dass ihr verhungert. Wir Zürcher kennen das, weil Ulrich Zwingli, der an St. Galler ist, er kommt ja aus wild aus, oder? Er hat natürlich schon immer so, die guten Sachen, Aussen gemacht werden, in den Schweizer Kantonen, und dann wir züchern. Klar, wir sind ja nicht so intelligent, dass wir eigene Persönlichkeiten aufbauen könnten. Und Zwingli kam, und er hat gesagt, die grausamsten Kriegsmittel, die es gibt, das ist die Brotsperre. Ein anderes Land verhungern lassen, ist viel grausamer, als wenn einen Krieg führt, denn wenn man einen Krieg führt, dann muss man in Kauf nehmen, dass man in allen Fällen sterben muss. Und der, der zu Hause sitzt und die Grenzen zugemacht, der muss nicht sterben, aber die anderen müssen. Und um solche Sachen geht es, darum, dass Integrale heisst umfassend auch die nicht-militärischen Zwangsmittel. Und das haben wir nicht weiterführen, als wir im Völkerbund gewesen sind. Das war 1920. Und alle haben gesagt, gibt doch nie mehr Krieg und so, nicht. Gehören wir alle, es hat immer wieder die Zeiten, wo Berlin nur gefahren ist. Und alle haben gesagt, gibt doch keinen Krieg, nein, das ist alles vorbei. Und die Schweiz war da der Mitglied. 1935 hat Italien Abessinia angriffen, ein afrikanisches Staat. Völkerbund hat gesagt, das geht nicht, das geht nicht, das ist eine Sauerei. Und alle müssen jetzt Wirtschaftsanktionen gegen Italien machen. Und die Schweiz auch. Die Schweiz hat gesagt, nein, das machen wir nicht, also für unsere Nachbarn tun wir nicht aushungeren, das ist für uns viel zu gefährlich, wenn wir das machen. Ist ja so im Krieg, oder? Wenn einer das macht, macht der andere das Gegenteil, und der das. Seht ihr jetzt in der Ukraine, oder? Und der Völkerbund hat gesagt, das müsst ihr, das müsst ihr, ihr seid verpflichtet, hat nichts gemacht. Und die Schweiz hat sich lang geweigert, dann hat Italien gesagt, wenn die Schweiz das macht, dann werden wir die Schweiz angreifen, wir werden die Südgrenze auf dem Alperkamm machen. Wir holen das Tessin und die Südtäler zu uns. Die Schweiz sagte, wegen dem Krieg mit Italienern die Italiener nützt ja nichts, aber wir verlieren unser Gebiet, wir weigern uns. Und zum Glück ist dann der Wölkerbund zusammengekehrt. Deutschland ist raus, Italien ist raus, die Russen sind raus. Die Schweiz sagte, in einem Klub gehören wir sowieso nicht mehr nach, wo alle rausgehen. Und dann im 1938, das ist ein wunderbares Dokument, hat der Bundesrat geschlossen und gesagt, wir haben uns geschlossen mit dieser Friedensorganisation. Wir haben uns geschlossen. Wir müssen wieder selbstständig sein, unabhängig und Neutralität wahren. Ich finde es eben schon, es ist ein schönes Dokument, weil ich jetzt mal ein Dokument habe, das mal eine Regierung gesagt hat, wir haben es eigentlich abgelassen. Wir sind da beitreten. Ja, es ist einfach zu sagen, aber das sagen sie nicht. Sie haben das Wort zu sagen auch nicht gebraucht. Aber sie sagten, wir haben geglaubt, das und so. Und seitdem haben wir sie wieder. Und das ist dann auch zu gut gekommen, im 1938 ist geschlossen und im 1938 ist schon der Zweite im Weltkrieg gekommen. Wir haben durchgegeben mit dem und auch nachher durchgegeben mit dem. Und jetzig kommt der Krieg in der Ukraine. Draussen ist furchtbar, was da draussen da seht was passiert auf der Welt. Einfach da einer findet jetzt das Land packe ich wieder. Die Riesenarmee und wir alle sagen, es gibt keinen Krieg mehr. gibt keinen Krieg mehr. Und als der die Ukraine angegriffen hat, hat der Bundesrat in den ersten zwei Tagen den richtigen Entscheid getroffen. Er hat gesagt, wir wissen, was wir machen. Wir sind immerwährend und bewaffnet, haben eine Armee für den Zweck, für unser Land schützen und wir machen keine andere Massnahmen als militärisch. Es gibt keine Sanktionen gegenüber Russland. Gibt es nicht. Aber das haben wir auch immer gemacht. Man muss aufpassen, wenn wir nicht mitmachen an Sanktionen, dann gibt es natürlich andere Länder, die sagen, dann muss den Schweizer verkaufen, dann können Schweizer , die können Geschäfte machen. Da hat man gesagt, man früher die E ist der Status groß sagen es dem Alte Handel könnt ihr machen, aber er dürfe nicht ausbauen, nicht unterlaufen, weil das wäre ja auch gegen Neutralität, dann würde man natürlich einem anderen helfen. Es hat sofort geschlossen, das war einfach, das ist der Vorteil, wenn man klare Grundsätze hat, dann kann man nicht einfach sagen, jetzt sind wir Neutralität macht nicht mehr. Und dann ist es vier, fünf Tage gegangen, dann ist es rumgegangen, weil das ist der Mais losgegangen. Amerika hat gesagt, das müsst ihr, die EU hat gesagt, das müsst ihr, dann sind alle im EU Freunde, die die EU wollen, hier oben in Bern die ganze Verwaltung sowieso, Politiker auch, die wollen ja alle hier, auch die, die sagen, sie wollen nicht, wollen noch, und und der Bundesrat ist unterdrückt sind noch Grossbanken gekommen, die gesagt haben, wir sind froh, wenn ihr das machen, wenn Amerika droht, wir haben auch Amerika Geschäfte gewartet, und dann ist er umgegangen und dann hat er beschlossen, macht er mit und dann auch kopflos nicht selbstständig machen, sondern gleich wie die EU, die hat gar keine Sanktionen, das sind die Länder, sie haben und jeder macht etwas anderes, da könnt ihr also schauen, die Italiener sagen, nein, also Kleiderindustrie, das ist unser Hauptgut, die liefern mir, französische Banken machen Banken nicht zu, Belgier ist Hauptgeschäft Edelstein, die werden auch geliefert, nur wir machen Sanktionen, vor Strengem, und immer sagen, ja, der Münder, wir hören, die Linke, hat es einen, der etwas liefert und so, also jetzt sind wir halt in dieser Suppe rein, und das kommt nicht gut raus, Sie sehen das schon, jetzt haben wir mit gemacht mit den Sanktionen, kommt der nächste Schritt, wir sollten Panzer liefern, schon der Kriegspartei, Waffen sind wir doch noch mehr im Krieg drin, und dann sagen sie, nein, das dürfen wir nicht, machen wir schlau, wir geben Panzer den Polen, und dann können Polen nicht Panzer der Ukraine geben, das ist ja wahnsinnig glaubwürdig, oder? Nein, und jetzt ist ja schlau, der hat gesagt, jetzt haben wir Panzer, wir brauchen Flugzeuge, schauen, wie lange das geht, das eine sagt, wir haben doch noch F-18, die tun wir dann sowieso ausmustern, jetzt könnten wir doch noch F-18 liefern, aber wir können ihnen nicht die Rechte geben, ja geben wir den Engländer, dann können es Engländer geben, dann können die nicht bedienen, sagt man, wir müssen die Leute ausbilden, dann müssen noch keine Soldaten kommen lassen, sind immer neutral, Hohle haben es gemacht, so rutschen wir in Kriege und wenn wir das, es nützt auch gar nichts, was wir machen, müssen wir wissen, wegen dem gibt es eh keinen Frieden, wegen dem gewinnt auch die Ukraine nicht den Krieg, aber wir haben mitgemacht und vor allem die Politiker haben mitgemacht und die Neutralität hat man eben in der Schweiz in den Bundesverfahren Fassig weil man sagt Politiker muss man einbinden in die Neutralität sonst machen den Krieg und das stimmt auch das ist eine Versuchung mitmachen oder haben ihr gesehen sobald die Ukraine Kriege sind die letzte Nationalratspräsidentin hatte meine Schüppchen auf Soldaten in der Ukraine rum getanzt und sagen wir sind auch auf eurer Seite nicht das meint ich habe etwas gegen meine Schüpp aber es ist absurd aber man kommt sich vor ich bin jemand jetzt gehe ich ins Kriegsgeschehen aber es nützt auch nichts aber es schadet und jetzt kommt eben was haben wir gemacht mit der Neutralität mit Kriege muss kein Friedensvertrag gibt und wer kann das am besten abschliessen der neutral ist die können und wissen aha wenn wir dort an gönn verhandeln müssen wir keine Angst haben dass die uns packen und es hat schon angefangen im Krieg wo ist denn da das erste Treffen gewesen zwischen den beiden dem amerikanischen Präsident und dem Putin in Genf wegen erinnern 2021 wunderbares Bild gewesen gerade der Biden hier der Putin und in der Mitte hier der Repauer der Pammel weil er gerade Bundespräsident war und die hat nicht müssen angestauben und dann muss ich muss aufpassen dann ziehen unser Schluss über den Tisch hier können verhandeln reden miteinander schauen eine Lösung zu finden und fertig sind sie gesagt wir müssen fortsetzen in der Schweiz die Aussenminister müssen sich treffen vielleicht hätten sie eine Lösung gefunden weiss sie nicht kann man nie garantieren aber es wäre nicht gegangen kaum haben wir mitgemacht mit den Sanktionen hat daraus gesagt wir kommen nicht mehr wir sind nicht mehr neutral jetzt haben wir das auch zu preis gegeben jetzt haben wir keiner wo das noch kann jetzt wird es immer verreckter der krieg da hausser geht desto schwieriger wird es natürlich zu verhandeln kann jeder weniger aufgeben weil immer mehr das Gesicht verliert also ist tragisch so und jetzt unsere Aufgabe ist zu schauen dass das nicht mehr vorkommt darum ich sehe da Aussensammler ist recht Volksinitiative wo drinsteht ganz einfach also man hat nichts man kann angst unterschreiben kein risiko sondern der erste Satz heisst die schweiz ist neutral steht schon in der bundesverfassung und die schweiz ist immer während bewaffnet neutral also selbstverständlich zweitens da haben wir Detail darf ich in das Militärbündnis sein bretten und so weiter in die freundlich reagieren mischen dann kommen die Grenzen es gibt auch Situationen wo wir neutralität aufheben nämlich wenn wir direkt angegriffen werden dann kann man nicht mehr neutral sein wenn ein angreifer die schweiz direkt angreift und wenn wir jetzt der UNO beitreten sind wir sind ja dagegen gewesen wir haben das erste mal hoch gewonnen und zweit mal verloren müssen wir halt das machen wie beim Völkerbund nicht mehr integral neutral sein der UNO und dem wollen wir halt mitmachen aber das wird sehr selten sein denn das ist der Sicherheitsrat der UNO der bestimmt dass man Massnahmen ergreifen gegen ein anderes Land und die vier grossen Mächte die Siegermächte vom Zweiten Weltkrieg die haben das Vetorecht das heisst es kann nur beschlossen werden wenn alle vier finden man muss auf das Land los das ist sehr sehr selten das gibt es praktisch nie oder haben ja gesehen haben es probiert der UNO Sicherheitsrat sagt das ist völkerrechtswidrig alle müssen mitmachen haben draussen gesagt nein im Vietnam kriegen Amerikaner gesagt nein im Afghanistan kriegen auch Amerikaner gesagt nein in Afrika kriegen Franzosen gesagt nein den Ländern gesagt und so das gibt selten oder eigentlich fast nie aber wenn es schreiben muss wenn es im Fall in Frage kämpft dann können wir nicht mehr neutral sein und wir sind dann für beschränkte Sanktionen damit wir nicht wenn Sanktionen sind eben der anderen unterwandert wenn ich das erklärt habe so und dann steht da drin als letzten Absatz die Schweiz nützt die besondere Neutralität die wir haben für Vermittlung und für humanitäre Einsatz Wegen dem steht in der Schweiz das internationale Komitee vom Roten Kreuz das steht in der Schweiz weil wir neutral sind da haben ihr vielleicht gesehen der Präsidenten hier die mal von mir gehört hat Herr Mauer hat gesagt wir werden bereits im Ausland geämpft in der Hilfeleistung weil die Schweiz gilt nicht mehr als neutral wir müssen auch verletzte Russen aufnehmen wir nicht nur verletzte das ist ja klar sind ja alles Menschen wegen dem ist das da und wir stellen jetzt das infrage also wir nicht wir sondern Bern hat das infrage gestellt und wir möchten das in der Bundesverfassung verankern dass das nicht mehr vorkommen und ich bitte Sie das zu unterschreiben da macht etwas gut gibt dann auch Vorgsabstimme dann gibt dann auch wieder eine heisse Sache und es geht um das dass wir die freie Schweiz es ist ein Sonderfall es ist etwas Besonderes andere haben auch Besonderheit es sind etwas anderes Chinesen sind auch besonders wenn ich zu China bin denke immer ich sage besonder aber sie sind besonders aber anders besonder als wir aber wir sollten nicht das aufs Spiel setzen was die Schweiz so erfolgreich gemacht hat dann müssen ich am Anfang wir sind überall in der Welt rangleist die vorderst und darum bin ich dankbar dass ich hier so geschwitzt habe das sagen können Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Blocher, für Ihre Ausführungen. Mir hat einmal einer gesagt, wie kannst du Christoph Blocher immer zuhören, wie kannst du immer an seine Vorträge gehen, der erzählt ja seit 30 Jahren das Gleiche. Dann habe ich ihm gesagt, ja gut, es gibt genug Politiker, die am Alltag etwas anderes erzählen. Ja, geschätzte Damen und Herren, der nächste Redner ist unabhängig, kritisch, gut, gelaunt. Chefredaktor und Verleger der Weltwoche seit 2007. Das Auflös zum intelligenten Tischgespräch, das Institut für vorgeschrittene Wirklichkeitskunde und das Hauptquartier der Meinungsvielfalt. So sagt er es uns jeden Morgen, ich weiss auch nicht, am 4, 5 oder wenn auch immer er aufsteht. 2015 ist er Nationalrat für die SVP und Kanton Zürich und er ist rhetorisch so gut, dass die Deutschen und die Österreicher lieber hineinladen als die eigenen Leute. Begrüssen Sie mit mir ganz herzlich den Nationalrat Roger Köppel. Grüezi miteinander, gehört man es? Herr Altbundesrat, lieber Christoph Blocher, Herr Regierungsrat und Bildungsdirektor vom Kanton St. Gallen, Stefan Kölliker. Lieber Präsident der SVP Seegaster, Kurt Kehlin. Vizepräsident der SVP Schmeriken, Michael Umrakic. Liebe Esther, Ständeratskandidatin und Nationalratskollegin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich eingeladen bin heute Abend bei Ihnen. Das ist ja unglaublich, wie viele Leute da sind. Ich finde jetzt sozusagen die verspätete Vorgruppe von Christoph Blocher. Ich muss jetzt sagen, dass Sie den Saal anheizen, wobei eigentlich den Höhepunkt habt ihr schon erlebt. Ganz, ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich muss einfach das vielleicht schnell am Anfang betonen. Ich bitte Sie, einen riesigen Applaus zu machen für Michael Umrakic, der das organisiert hat mit seinen Kollegen. Unglaublich, Michael, wir haben uns ja bei meinem Telefon einmal kennengelernt auf einer Autofahrt, wo ich gerade am Wallensee Richtung Bündnerland gefahren bin. Also, Michailo, herzliche Gratulation für den super Anlass, den du da organisiert hast. Das ist ja so. Und er... Danke. Und er hat mir erzählt... Und er hat mir erzählt, seine ganze Familie... Sag ich eigentlich, du hast schon im Prinzip die ganze Familie eingespannt. Jetzt die einen sammeln Unterschriften, die einen verkaufen das Buch von Christoph Blocher. Und du hast gesagt, eben, ich sage immer... Ich sage immer... Ja, genau, Bodyguards auch. Und ich sage immer gut gelohnt, ich sage immer gut gelohnt. Das stimmt natürlich nicht. Ich komme gerade von Bern zurück. Und wenn ich von Bern zurückkomme, dann muss ich wieder... Muss ich mein ganzes Immunsystem zusammenrappeln, dass ich da wieder einigermassen... Weil es zieht einen zum Teil schon ab. Es ist so eine richtige Senkplay-Stimmung. Zum Teil. Und es ist eine ernsthafte Sache. Ich habe vielleicht schon lange nicht mehr mit Christoph Blocher zusammen auftreten an so einer Veranstaltung. Und es stimmt übrigens nicht, dass ich eingeladen werde wegen meiner rhetorischen Fähigkeiten. Ich bilde mir ein, dass ich wegen meiner rhetorischen Fähigkeiten nicht mehr eingeladen werde. In Österreich und in Deutschland. Nein, ich freue mich sehr, dass auch Christoph heute da ist. Und ich muss Ihnen erzählen, ich kenne jetzt den Christoph Blocher seit fast 23 Jahren. Persönlich. Und ich habe ihn vorher natürlich als Journalist gekannt. Ich bin ein aufstrebender Nachwuchs-Chefredakter gewesen im Tamedia-Konzern, Tagesanzeiger, Tagesanzeigermagazin. Und ich bin damals, ich bin auf Amerika gegangen, habe ein paar Universitäten angeschaut. Und da hat mir einer bei einer Uni gesagt, von einer Wirtschaftsuni. Ob ich es schreiben könnte für seine Wirtschaft, für so ein Studentenheft. Da habe ich gesagt, ja gut, ja, was soll ich ein Interview machen? Soll ich ein Interview machen mit einem Schweizer Unternehmer? Ja gut, wann mache ich das? Komme ich auf Zürich zurück. Und er dachte, ich bin Chefredakter Tagimagi, schreibst du ein paar an? Unternehmer in der Schweiz. Dann haben also etwa 15 Leute angeschrieben. Und der, der mir am schnellsten geantwortet hat, ist Christoph Blocher gewesen. Er hat gesagt, ja Herr Köppel, kommen Sie vorbei. Dann habe ich gedacht, ja gut, wie viel Zeit brauchen Sie? Dann habe ich gedacht, ja gut, 20 Minuten ist nicht so ein langes Interview. Und einfach über das Unternehmertum von ihnen. Und dann bin ich also dort angetraben. Das war noch im alten Büro der Emschemie in Zürich. Ich war hier in Stockhof, es war schon zu Abend. Christoph Blocher ist noch dort. Ich habe das erste Mal den Christoph Blocher gesehen. Können Sie mich wissen, als Tagi-Journalist damals, ist das die Verkörperung des Bösen gewesen? Wo ist jetzt da rein in das Büro? Es kommt da der Christoph Blocher. Und dann hat mir das Interview angefangen. Ich habe gesagt, ja eben, Herr Blocher, definieren Sie den Unternehmer? Dann hat er gesagt, ja, ein Unternehmer, das ist ein Lasttier, das ist ein Lasttier. Der muss den ganzen Tag den Karren ziehen. Und er darf ohne Rücksicht auf sein persönlicher Prestige, sein Vermögen, seine Familie, seine Gesundheit, muss er sich eigentlich mit grösstem Idealismus für eine Firma einsetzen. Und die grössten Idealisten seien eigentlich die Unternehmer. Also so sind wir in das Gespräch eingestiegen. Und aus diesen 20 Minuten sind dann zweimal drei Stunden geworden. Und ich weiss noch, ich bin, das wird heute zum Teil noch über das geschrieben. Ich sage, das sei jetzt das religiöse Erlebnis gewesen von Roger Köppel. Er sei eigentlich ein durchaus vernünftiger Journalist gewesen. Dann sei er bei Christoph Blocher gewesen. Und seitdem hat er so ein Alpenglün in den Augen. Er sei nicht mehr den gleichen, er sei nicht mehr den gleichen. Er hat sich eine schwere Persönlichkeitsveränderung durchgemacht. Oder irgendetwas ist, er ist die Stege runtergefallen. Irgendetwas ist nachher nicht mehr gut gewesen. Auf jeden Fall hat er seit diesem Tag den Blocher gut gefunden. Und ich komme also, einfach um Ihnen ein bisschen die Stimmung zu schildern, vor 23 Jahren. Und ich komme also am anderen Tag zurück in Tagi. Ich war in der Chefredaktion noch vom Tagesanzeigen. Ich komme an eine Chefredaktionssitzung und sage, jetzt habe ich gestern ein Interview mit dem Blocher gemacht. Das war unglaublich interessant. Der ist ja ganz anders, wie wir den Lieblang Tag über ihn schreiben. Das ist ja ein hochdifferenzierter, hochintelligenter, unglaublich anregender und auch humorvoller Gesprächspartner. Dann sagt mir ein Kollege, das dürfen Sie nicht weiterverzählen. Das ist ein Kollege, das ist vertraulich. Dann sagt mir ein Kollege, das ist jetzt nicht mehr dabei. Ein Kollege im Tagesanzeigen, Chefredaktion, sagt mir, Ja, du siehst das auch so. Dann sagt er, ja, du siehst das auch so. Du, wieso schreiben wir das nicht? Nein, wenn du das schreibst, dann bist du erledigt im Journalismus. Bist du erledigt. Und da habe ich gelacht, im Jugendlichen übermut. Ich meinte, die spinnen ja. Und dann sage ich ihnen, das stimmt. Alle Journalisten, die ich kenne, die Christoph Blocher kennengelernt haben, Also die meisten von ihnen, wenn sie ehrlich sind, sind eigentlich immer beeindruckt gewesen. Nicht immer einverstanden mit allem, aber beeindruckt. Und es ist ja schon interessant, warum das eigentlich nie jemand geschrieben hat. Oder fast niemand. Und da ist mir das erste Mal bewusst geworden, was wir zum Teil in der fast für einer Mediengesellschaft erleben. Einfach ein paar Leute bestimmen, wie du etwas schreiben musst. Und ich mache keinem Journalisten einen Vorwurf. Weil mir hat nämlich mein Kollege gesagt, der gesagt, ja, wenn wir das schreiben würden, dann läufst du Gefahr, dass du den Job verlierst. Dann wirst du rausgemobbt. Oder der Verleger sagt, du musst gehen. Und darum habe ich irgendwann gemerkt, weil ich nirgends mehr eingeladen werde, nirgends mehr schreiben kann. Jetzt muss ich eine eigene Zeitung kaufen. Sonst kann ich meinen Beruf gar nicht mehr ausüben. Nein, und das ist wirklich für mich, ich muss ihnen das sagen, und ich bin da dem Christoph Blocher auch sehr dankbar. Ich bin dort irgendwie, das ist für mich eine sehr wichtige, wichtige Begegnung gewesen damals. Und ich bin da eigentlich auch so erst richtig intensiv mit der Schweiz in Berührung gekommen. Also ich komme dann schon auf das Thema EU aus. Ich merke, das ist mir höchst unangenehm. Ich weiche dem Thema EU aus. Nein, die Schweiz als politisches Thema ist für mich eigentlich nicht jetzt wie bei dir, Christoph, oder vielleicht bei Michael oder bei der Rester Friedli oder bei dem Stefan Köliker und bei den verschiedenen Kantonsräten, die wir da haben, und anderen Politiker. Die Schweiz als politisches Thema, das ist mir nicht in die Wiege gelegt worden. Ich komme aus einer Familie, ich bin ein Zürcher mit Migrationshintergrund. Mein Vater kommt aus Wittnau, St. Gallen. Und ich bin natürlich, und ich bin ein Beweis für die These von Christoph Blocher, dass alles, was aus dem Kanton St. Gallen nach Zürich kommt, so schlecht nicht kann sein. Das ist mein... Also mein Vater, mein Vater ist Reithaler und meine Mutter ist Auslandsschweizerin gewesen und ist aus Deutschland gekommen. Und ich bin aufgewachsen mit den Erzählungen von meinem Grossvater. Mein Vater ist nie zu Hause gewesen. Meine Mutter hat immer gesagt, das ist das grösste Glück für dich, dass dein Vater nie zu Hause ist. Sonst wäre... Der Einfluss wäre so schlecht. Es ist gut, wenn er nicht so häufig zu Hause ist. Nein, ich bin aufgewachsen mit Erzählungen von meinem Grossvater. Er war ein Auslandsschweizer, ursprünglich Berner Oberländer, ausgewandert nach Königsberg. Sein Vater Oberschweizer, also Melcher auf so einem Rittergut. Und mein Grossvater war bei der Feuerwehr von Königsberg. Und Königsberg ist 1944 bombardiert worden, von den Engländern. Und diese Geschichte hat uns mein Grossvater immer wieder erzählt, wie das gewesen ist. Die Stadt, alles verbombt. Sie musste flüchten. 1945, der Krieg. Die Flucht von Familien und die Kriegsgräuel. Und wir hatten eine deutsche Verwandtschaft, den Onkel Fritz. Wir sind einmal das Tier besuchen an der Grenze. Und der Onkel Fritz hat nie ein Wort gesagt. Der hat immer einen roten Kopf gehabt. Du hast das Gefühl, du darfst nicht zu nahe hinkommen mit einem spitzen Gegenstand. Sonst verjagt es dich gerade. Der hat nie etwas gesagt. Und mir hat die Tante nochmals gesagt, die Grosstante, der hat gesagt, ja, er ist nicht mehr dergleich, seit er aus der russischen Gefangenschaft heim kam. Und das sind das ja für mich als Buben. Da kommen sie aus der Schweiz, kommen sie aus Zürich, aus Kloten, kommen sie aus dieser heilen Welt, wo nie ein Thema war. Mein Grossvater immer sagte, Schweiz, komm, Schweiz, ihr seid alle wohlstandsverwahrlos. Ihr habt keine Ahnung, was ein Krieg ist. Ihr wisst nichts. Und ich habe das natürlich auch nicht gewusst. Ich bin in diesem Wohlstand, in dieser heilen Welt aufgewachsen. Aber irgendwann einmal, die Journalisten brauchen eben ein bisschen länger, bis zu den 20ern runtergefallen. Ich sage das, also bei mir, in meinem Fall auf jeden Fall. Ich will für eine andere reden. Aber irgendwann kommt dann einmal die Frage auf, warum ist das eigentlich so? Warum haben wir, wenn du das erste Mal in Deutschland bist und die Städte anschaut und siehst, wie die Städte aussehen oder wie die mal ausgesehen haben? Und dann musst du dich ja als Schweizer fragen, warum ist das bei uns nicht so gewesen? Warum sind wir nicht zusammengebombt worden? Warum haben sie unsere Familien, auch wenn viele den Krieg auch miterlebt haben, und mein Vater hat dann auch noch indirekt miterlebt, Jahrgang 1921, warum sind wir eigentlich von dem verschont worden? Und das ist ja eigentlich die Frage, wo sich jeder Schweizer, nicht einfach an jeder Politiker, muss sich an jeden Schweizer stellen. Warum haben wir eigentlich die Gnade gehabt? Das Glück, das Schwein. Und natürlich, das sind die Faktoren, die wir nicht haben beeinflussen können. Unsere geografische Lage, das dürfen wir alles auch nicht vernachlässigen. Aber, und das ist das, was Christoph vorhin gesagt hat, das ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt, ist die Neutralität. Die Neutralität, wo jede Generation und jede Politikergeneration immer wieder neu muss erringen, immer wieder neu muss verstehen und neu muss verteidigen. Und es ist nichts Neues, dass man die Neutralität zum Fenster rausrührt. Das ist oft so gewesen. Da haben sie gesagt, ja, die Neutralität, früher ist es schon gut gewesen, aber eben, heute haben wir ganz andere Zeiten. Heute gilt das nicht mehr und wir müssen das Rad wieder neu erfinden und das stimmt eben nicht. Die Neutralität ist ganz etwas Wichtiges. Ich kann nicht für die unteren, die ab und zu, ich weiss jetzt nicht, wie viele das sind, aber ich kann es Ihnen empfehlen, es gibt im Moment einen Film, wo Sie können schauen, im Computer, auf Netflix, wenn Sie bei Netflix dabei sind, das ist ja so ein Film, Ding, du kannst einfach die Filme schauen, wo du dort ein Zabo zahlst. Und am Wochenende habe ich einen Film geschaut, auf dem Netflix, der heisst, die lange Strasse zum Krieg, The Long Road to War. Und das ist eine serbische Dokumentation, das habe ich jetzt nicht bei dir geschaut, Michaela, das ist jetzt ein Zufall, das ist ein serbischer Dokumentarfilm, zwei Stunden über den Ersten Weltkrieg und den Ursprung vom Ersten Weltkrieg, Gründe vom Ersten Weltkrieg. Und das ist also ein Film, wo Sie die grössten, die bedeutendsten Historiker, Deutsche, Österreicher, Engländer befragt haben. Zwei Beobachtungen zu diesem Film. Erstens, alle, die auf den Krieg zugegangen sind, alle hatten das Gefühl, wir gewinnen den Krieg. Die Deutschen waren überzeugt, wir gewinnen sowieso. Wir sind die mächtigste Industriemacht in Europa. Unsere Pickelhuben, Unwiderstehung, wir werden gewinnen. Die Österreicher hatten das Gefühl, wir gewinnen sowieso, weil die Deutschen gesagt haben, sie helfen uns. Und die Deutschen gewinnen. Und die Russen haben gesagt, wir gewinnen sowieso, wir sind das grösste Land, wir sind riesengroß. Die Engländer haben gesagt, ausgeschlossen, dass wir nicht gewinnen. Wir haben die grösste Flotte auf dem Meer. Und die Franzosen haben gesagt, wir gewinnen sowieso, weil wir haben noch eine Rechnung offen mit den Deutschen. Und die haben schon angefangen, Verhandlungen zu führen, bevor es überhaupt losgegangen ist. Mit den Russen haben sie schon aufteilt, Deutschland, Polen, sie haben gesagt, das ist ein Teil der Ukraine, schlägen wir dann den Russen zu. Die haben den Kuchen schon verteilt, bevor der erste Schuss gefallen ist. Und wisst ihr, als ich das geschaut habe, dachte ich, Gott, jetzt tut es nochmal. Das erinnert mich fürchterlich an eine andere Zeit. An welche Echt? Ah ja, Gegenwart. Ist ja genau auch so. Das Reden empfangen alle nur noch vom Krieg und es redet niemand mehr vom Frieden. Und auch in der Schweiz, wenn du heute über die Neutralität redest in Bern, dann kommen sie gerade zu Kumpen. Was Neutralität? Was Frieden? Was ist das Ding? Ja, sie sind ein Putin-Knecht. Sie sind da. Sie sind ein Putin. Was auch immer. Sie helfen dem Bösen. Nein, nein, man kann nicht mehr neutral sein. Die NZZ, die Christoph Blocher erwähnt, die NZZ, man kann nicht mehr neutral sein, weil wenn sie neutral sind, dann helfen sie den Bösen. Das sind heute die Vorstellungen. Und wisst ihr, es ist der Film, wenn alle vom Krieg reden, wenn niemand mehr vom Frieden redet, wenn nicht einmal mehr die Schweiz vom Frieden redet und von der Neutralität, dann wird ein Krieg, und zwar ein grosser Krieg, irgendwann einmal unvermeidlich. Weil sich die Leute können sich auch in so etwas reinreden, in so eine Katastrophe. Und am Schluss passiert es. Ich glaube es nicht. Ich bin immer noch hoffnungsfroh. Ich glaube es nicht. Und das Zweite, was dort auffällt, ist, wie all die Mächte miteinander verhängt waren, mit Bündnissen und Verträgen hatten. Wenn der eine das macht, muss der andere das machen. Wenn dieser das macht, muss der andere das machen. Und es war gar niemand mehr unabhängig. Und das ist der Punkt, wo ich nur kurz in meinem Vortrag machen will. Und das ist die, Neutralität ist ein Aspekt von dem, aber da reden wir dann eben über die Europäische Union. Die Unabhängigkeit, die Unbundenheit für ein kleines Land, wenn es draussen stürmt, wenn es schädert, wenn du auf einem kleinen Schiff bist, auf einem Ozean, wo die Welle sich überschlügt und alles Mögliche drunter und drüber geht. Was ist das Wichtigste? Das Wichtigste ist, dass der, der auf dem Schiff oben ist, dass der selber entscheiden kann, wie er das Segel setzt und wie er das ganze Zeug noch steuert. Also nicht irgendwo herangebunden wird, wo es ihn verdruckt oder wo es ihn noch einmal hinschlägt. In einer Krise, und wir haben im Moment ganz viele Krisen, nicht nur politische, kriegerische, wir haben Wirtschaftsprobleme, wir haben Energieprobleme, wir haben Zuwanderungsprobleme, wir haben Migrationsprobleme. Wenn sie von all diesen Problemen umzingelt sind, dann müssen sie diese Probleme ja lösen können. Und wenn sie ein Problem haben müssen lösen, das habe ich bei Christoph Blocher gelernt, was ist eigentlich das Problem? Das ist die Definition, das ist die Differenz zwischen dem Ist-Zustand und dem Soll-Zustand. Und wenn du vom Ist zum Soll willst, dann musst du ja handeln, dann musst du etwas entscheiden, dann musst du etwas bewegen können. Und wir sind in der Schweiz im Moment dabei, dass wir das, was die Schweiz in der Vergangenheit stark gemacht hat und was unsere grosse Qualität ist und eben auch verantwortlich, dass wir nicht reingezogen worden sind, weil wir eben zum Beispiel Bündnisse abgeschlossen hätten vor dem Ersten und vor dem Zweiten Weltkrieg, wo sie die ganze Katastrophe in den Höllenabgrund ingerissen hätten. 1938 hat der Bundesrat geschrieben, zum Glück sind wir nicht mehr in diesem Völkerbund. Das heisst, wir können uns auch nicht mehr Wirtschaftssanktionen anschliessen, weil Wirtschaftssanktionen sind auch ein Kriegsinstrument. Das hat der Bundesrat damals noch ganz klar geschrieben. Und der Chefredakteur der NZZ, Willi Bredscher, hat in einem Leitartikel nach dem Einmarsch von den Nationalsozialisten in Polen mit 1,5 Millionen Soldaten geschrieben, Leitartikel in der NZZ auf der Seite 1. Das ist es. Jetzt ist Krieg in Europa, die Deutschen haben Polen überfallen. Das heisst für die Schweiz bedingungslose Neutralität, bedingungslose Gleichbehandlung aller Kriegsparteien. Daraus halten. Und der Bredscher war kein Sympathisant von den Deutschen, das war das Gegenteil. Ich versuche immer noch Erik Guyer dem Chefredaktor der NZZ zu sagen, lese mal die Leitartikel von deinen Vorgängern. Etisch drin standen, die haben noch gewusst, was es ist. Aber die vergessen das, die lassen das ausser acht. Die Ungebundenheit, man hatte Kraft rauszuhauen. Und heute, ich komme aus Bern und die Diskussion in Bern, meine Damen und Herren, geht einfach in die Richtung, eine Mehrheit, das ist mein Eindruck, auch im Bundesrat, die glauben in der Krise, nicht an die Unabhängigkeit. Und sie sagen, je mehr, dass es schädert, je mehr, dass es stürmt, desto mehr müssen wir uns eigentlich bei den anderen unterschlupf suchen. desto mehr müssen wir uns anbinden. Ich habe einen Diplomat gefragt in Bern, er hat gesagt, wir müssen doch jetzt raus aus diesen Sanktionen, weil sonst rutschen wir immer tiefer in den Krieg rein. Christoph Blocher hat es gesagt, das hat mir der Diplomat Köppel. Können Sie sich vorstellen? Auch wenn wir möchten, können wir da gar nicht mehr raus. Wissen Sie, was dann los wäre? Dann würden Sanktionen gegen die Schweiz ergriffen. Ich dachte, wenn es so ist, dann müssen wir erst recht rausgehen. Dann sind wir gar nicht mehr frei. Also ein nicht genannt sein wollender Außenminister der Schweiz. Oh. Nein. Ich habe vergessen, streichen das wieder. wieder. Ich habe irgendetwas erzählt, was ich nicht erzähle. Nein, streichen das, vergessen das. Ein nicht genannt sein wollender Politiker in Bern, der in einer wichtigen Position ist, der hat auch auf die Frage, aber müssen wir nicht unabhängiger werden in der Krise, gesagt, nein, das ist die Logik von 1945 und das ist die Vergangenheit und eben, es sind neue Zeiten und es gilt alles neu. Das ist nicht so. Die Schweiz ist heute im ganz wesentlichen Bereich ihrer Politik nicht mehr in der Lage selber zu entscheiden. Wir haben über die Aussenpolitik geredet, wir haben Neutralität zum Teil preisgegeben und bei der Europäischen Union ist es genau gleich. Wir haben 2021, was ich nie gedacht hätte, nie, hat der Bundesrat gesagt, nein, Übungsabbruch mit der Europäischen Union, wir können den Vertrag nicht unterschreiben, der sogenannte Rahmenvertrag, der sogenannte institutionelle Vertrag, der Vertrag wollte ja die EU vor allem und der Vertrag hat ja dazu geführt, dass die Schweiz akzeptieren dass sie ganz wichtige Fragen zu Wirtschaftspolitik Sozialpolitik Zuwanderungspolitik dass wir den Löffel abgeben dass nicht mehr wir der Chef sind in der Schweiz dass nicht mehr wir da innen entscheiden sondern dass die EU kann entscheiden wenn sie sagen nein das stimmt nicht das stimmt nicht die Schweiz könnte immer noch entscheiden nein sie sind völlig frei es ist einfach so wenn sie nicht so entscheidet wie die EU das will dann gibt Sanktionen und dann das ist noch subtil dann sind zu Hause gekommen die Unterhändler oder die Politiker die das verkaufen wollen und sagen aber sie wir haben also können raus holen bei der EU dass es verhältnismässige Sanktionen sein sind das ist eine gute Nachricht du bist also nicht mehr ausgepeitscht gerädert oder gehütet oder vierteilt es müssen also verhältnismässige Sanktionen sein merken sie etwas verhältnismässigkeit ist doch nicht etwas was du musst raus handeln mit einem partner verhältnismässigkeit ist ein Grundsatz von unserem Rechtsstaat das setzen wir voraus und jetzt wird das in Bern schon verkauft ja wir haben es aber verhältnismässigkeit ist ein grosser verhandlungserfolg dass wir nicht mehr ausgepeitscht werden und da spüren sie dass etwas nicht stimmt dass die Leute in Bern und ich sage das nicht ohne Herablassung oder irgendetwas das ist eine Feststellung die haben das Gefühl die müssen sich für die Schweiz entschuldigen die haben das Gefühl die müssen sich für unsere direkte Demokratie entschuldigen das sei frei wenn die Schweizer sagen du jetzt haben wir zu viel Zuwanderung man hat mehr Zuwanderung pro Kopf als die Vereinigten Staaten von Amerika und Australien obwohl die Schweiz ich glaube das ich habe nicht Geografie studiert aber die Schweiz ist kleiner als die USA und Australien weniger Landreserven ja wir sind da nicht mehr frei wir können gar nicht mehr entscheiden nehmen Sie das Beispiel im Asylbereich wir haben jetzt wieder steigende Asylzahlen massiv wir haben in der Schweiz wie viel bis zwischen 60 und 70 Tausend Asyl sogenannte vorläufig aufgenommen das sind Asylbewerber wo das Asylgesucht abgelehnt worden ist die müssten wir zurückbringen aber die bleiben da wir haben nicht einmal 200 von denen auschaffen in Deutschland sind das über 300 000 die können sie nicht ausschaffen aber gleichzeitig erzählen es uns in Bern oben im Justizdepartement nein nein Schengen Dublin institutionell das funktioniert das Asylsystem meine Damen und Herren das ist gescheitert das funktioniert nicht und das haben es alle gemerkt also auch der österreichische Bundeskanzler alle haben es gemerkt nur in Bern haben es noch nicht gemerkt oder sie geben es nicht zu ich weiss es nicht also meine Damen und Herren ich will nicht ich könnte vielleicht in der Diskussion noch auf das eingehen aber ich sage Ihnen wir sind in meinem Gefühl nach meinem Empfinden an einem Punkt wieder einmal ist es gibt nichts Neues unter der Sonne schon alles mal erlebt und das Gegenteil aber es ist jetzt so man ist im Zug von dem Krieg im Zug vor all den Problemen die haben sich selber eingebrockt stich wo die Energiewende Energie Ende stehen die Zeichen auf Kapitulation in Bern die glauben nicht mehr an die unabhängige Kleid sie glauben nicht daran dass du selber bestimmen in der Schweiz wie es läuft und dass du die Handlungsfähigkeit haben und dass du keine Verträge mit der Europäischen Union abschliessen die deine Handlungsfähigkeit beschränken und leider ist nach dem April 2021 wo der Bundesrat gesagt hat nein diesen Vertrag können wir nicht unterschreiben den die EU zu einem Gesetzgeber gemacht hat in der Schweiz die dazu geführt hätte dass das Gericht der Europäischen Union also das Gericht der Gegenpartei die letzte Entscheidung hatte und eben dass die Stärke der Peitschenschläge noch beeinflussen die sanktioniert ist das haben sie abgeschossen das haben sie beerdigt aber jetzt geht es wieder weiter und jetzt müssen sie einfach genau schauen und hören was passiert weil sie machen das nicht mehr als einen grösseren Vertrag sondern sie haben ihn verstückt in kleine verdauliche Teile Einzelverträge und in die packt sie den fremden Gesetzgeber und das ist nicht einfach etwas wie man ihnen erzählt eine technische Sache Taschenrechte haben wir einen leichteren Marktzugang können wir dort ein bisschen mehr Büroklammern verkaufen oder ist es einfacher ein Veloplö zu exportieren in die Europäische Union versuche das mit so Geldargumenten mit Taschenrechner Argumenten zu untermauern ich glaube da muss man einfach feststellen da geht es um etwas ganz grundsätzliches da geht es nämlich um die Schweiz was ist die Schweiz wir haben es vorher auch gehört die Schweiz ist das Land vielleicht das einzige Land auf der Welt das einzige Land auf der Welt wo sie wo wir wo Bürgerinnen und Bürger am Schluss über das was uns selber betrifft selber können bestimmen das heisst nicht dass wir machen können was wir wollen wir können schon wir müssen einfach Konsequenzen tragen aber wir haben am Schluss die letzte Verantwortung und wir sind am Schluss die 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 Entscheidungen treffen nicht Politiker in Bern nicht Bundesrat aber sicher auch nicht die die in Brüssel sitzen oder irgendwo in ganz weiten entlegenen Gebieten nein wir müssen selber schauen dass wir für unser kleines Land die maßgeschneiderte Lösungen haben und das ist etwas was nicht selbstverständlich ist meine Damen und Herren weil wenn es selbstverständlich wäre dann gäbe es ja ganz viele Länder die ein System hätten wie die Schweiz würden sagen die Schweizer machen es nicht so schlecht kleines Land wenig Rohstoff die sind ja sackreich worden das könnte du eigentlich kopiert in der Wirtschaft hat man kopiert in der Politik wird es nicht kopiert wissen sie warum nicht ist ja klar es ist doch kein Politiker wenn er ehrlich ist für die direkte Demokratie das ist ja für ihn nur lästig das ist ja nur meins den muss das Volk fragen so eine geniale Idee aber die Populisten da aussen da die 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 Verschwörungstheoretik kann wieder mal meine geniale Idee nicht durchschauen das ist natürlich immer wieder eine Kränkung für einen Politiker aber für die Schweiz hat das eben funktioniert und ist eben eine andere wichtige Säule neben der Neutralität dass unser Land eben nicht in den Abgrund hineinkumpet ist wie die anderen Länder Warum weil durch die Selbstbestimmung nicht Mitbestimmung wie es heisst Selbstbestimmung dass wir entscheiden haben wir Politik auch immer daran gehindert übermütigt zu werden wir schaffen das oder eben alle glauben sie haben den Krieg gewonnen wir haben gesagt nein wir wollen nicht eine Regierung die abhebt eine Regierung die durch die 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 bekommen das ist etwas was wir heute verteidigen und es wird zerred es wird klein gered aber das läuft jetzt in den nächsten Wochen und Monaten werden da wichtige kleine Weichenstellungen passieren sie werden gesehen der Bundesrat wird das Verhandlungsmandat verabschieden für die Europäische Union mit dem Ziel die Schweiz für europäische Gesetzgebung europäische Richter und europäische Sanktionen zu unterstellen das Gegenteil der Schweiz sie werden sehen dass ein Kommissar der Europäischen Union ich meine nur schon ein Kommissar der Kommissar der Chef Kommissar kommt im Vorabendprogramm der Krimiserie vielleicht kommt in die Schweiz Herr Sevkovic er ist zuständig für die Schweiz macht einen Vortrag in Friburg und das ist auch wieder interessant jetzt will er in Bern mit den Parlamentariern reden ich meine was macht jetzt der Mann der eigentlich mit dem Bundesrat verhandeln jetzt geht er die Parlamentarier in Bern ich weiss nicht wie man das sagt aber ist sicher nicht etwas was gut ist wenn Parlamentarier mit dem reden mit dem Bundesrat hat gar keinen Termin hat sich gar nicht richtig angemeldet ist eingeladen worden für einen Vortrag an der Uni Freiburg die Uni Freiburg ist eine öffentlich-rechtliche Veranstaltung das ist auch wieder typisch die Uni lässt einfach den Vertreter der EU ein müsste eigentlich auch Christoph Blocher oder sonst jemand ein die Gegenstimme geben das machen sie natürlich nicht also da müssen sie aufpassen meine Damen und Herren das läuft weiter der Bundesrat hat nicht Kraft der Europäischen Union zu sagen wir wollen selber entscheiden wir machen mit euch alle Verträge da ist niemand dagegen gute Verträge zum gegenseitigen Nutzen und Interessen aber wir sind nicht bereit Volksrecht von ihnen unsere Demokratie nach Brüssel zu verscherbeln und da können sie nicht darauf hoffen dass Bern oben geschaut wird da müssen sie selber das Heft in die Hand nehmen und dann sind wir bei Wahlen und das ist mein letzter Punkt von heute da sind wir natürlich bei den Wahlen und da muss man bei der Schweiz aber auch in Spiegel schauen und sagen einfach über die hier oben fluchen in Bern das gilt nicht wer hat denn die gewählt in Bern oben wer ist nicht an Turnen gegangen wer hat Faust im Sack gemacht die machen sowieso was wollen ja klar wenn man das der Schweiz kann nicht gefährlich werden ein Putin ein Zelensky ein von der Leyen ein Herr Scholz oder sonst irgendjemand ein Joe Biden oder Donald Trump die können der Schweiz nicht gefährlich werden die Einzigen die der Schweiz gefährlich werden sind die Schweizer das sind sie wenn die Schweizer aufhören sich für die Schweiz zu engagieren wenn sie den Willen nicht haben an der Schweiz festzuhalten und darum jetzt am Schluss meine ultimative Aufforderung an sie ich bin ja völlig abverreckte Politiker ich bin als Journalist was man ja gar nicht darf bin ich im Nationalrat gelandet was man ja gar nicht sollte aber warum habe ich das gemacht weil einfach gesagt du sitzt immer hinter dein computer kritisierst was läuft wie die zwei in der Muppet Show oben in die dumme haben anstatt dass sie selber auf der Bühne stehen und zeigen wie es besser geht in der Schweiz gilt das nicht das jammern auch nicht über die Bundesräte und über Politiker in in die schweiz müssen sie selbst heftig in hand nehmen wenn es nicht mehr läuft und deshalb sie müssen wählen sie müssen wählen wahlen sind heute sachentscheidige sind richtig entscheidige sie müssen Leute wählen die direkte demokratie noch ernst nehmen sie müssen Leute wählen die neutralität verstehen und neutralität ernst nehmen und neutralität auch durchsetzen und wo es Füttli und den ruckrad haben wenn es ein bisschen windet draussen und wenn es Kritik gibt dass sie stehen bleiben und wenn sie in Bern kein ruckrad haben dann müssen sie auch fluchen dann müssen sie das ruckrad sein von den die in Bern sind dann müssen sie den ruckrad stärken dann müssen sie den bundesrat unterstützen dass er der schweiz festhalten weil ich sage ihnen ihre wichtigste verbündete in Bern ist der opportunismus der politiker weil viele von den politiker die schauen einfach was sie denken und wenn sie laut genug sagen wir wollen nicht dass die schweiz in den krieg rein wir wollen keine waffen lieferung wir wollen neutral sein dann wird man das auch umsetzen aber am Schluss müssen sie machen und darum sie Tester Friedrich wählen in Ständerat weil dann wird sich in der Schweiz alles verändern nein aber der ist gut und das ist jetzt nicht einfach das ist nicht einfach das ist ein bisschen ein billiger Spruch aber es ist nicht nur ein billiger Spruch weil ich bin noch nicht so lange in der SVP warum bin ich eigentlich in der SVP ich bekomme nicht eine SVP Familie eine Anti SVP Familie ich bin in die SVP gegangen weil ich gesagt das ist die einzige Partei in der Schweiz die sich nicht für die Schweiz entschuldigt das ist die einzige Partei die sich getraut eine andere Meinung zu vertreten wenn alle Zeitungen in die gleiche Richtung rennen SVP kann stolz sein dass sie es fertig gebracht hat gegen fürchterlichen Widerstand die sind ja vertiefelt worden und mit Gülen beworfen dass Christoph Blocher allein 92 wir gehen nicht in die EU wir geben die Neutralität nicht preis meine Damen und Herren gehen Sie gehen wählen wählen Sie die richtige Partei ich muss Ihnen sagen aus fast neutral erwarten und gut geläumt wählen Sie die SVP danke Applaus Applaus danke Herzlichen Dank. Lieber Roger, vielen herzlichen Dank. Sie haben es gehört, Fusch nicht im Sack machen. Unser Kassier, Jürg, hat mir gesagt, er gibt draussen noch Mitgliederformulare. Ich habe gesagt, 420 neue Mitglieder, für die, die noch nicht sind. Ich würde die drei Referenten bitten, um zu kommen. Dann machen wir jetzt die Diskussions- und Fragerunde. Es wird jetzt wie folgt ablaufen. Ich werde drei Einstiegsfragen stellen und dann nachher wird mein Kollege mit dem Handmikrofon zu Ihnen laufen und dann können Sie Fragen stellen. Herr Allbundesrat, wir haben es vorhin gehört, könnte man sagen, die grossen Herausforderungen und Probleme, die in unserem Land steht, sind mehr oder weniger konstant. Ja, oder werden noch schlimmer. Aber ich sage auch etwas offensvolles. Ich glaube, dass das gekehrt werden kann. Aber wir wollen uns leider auf die letzte Bastion vorbereiten, die Volksabstimmung. Also die gewählten Politiker in Bern, die Verwaltung in Bern und also immer die Mehrheit, ist klar, auch im Bundesort. Die ist verloren. Gut, beim Dings, beim Ammer-Vertrag ist es gelungen. Es gab natürlich auch diejenigen, die gemerkt haben, was sie alles übernehmen müssen, wenn wir das machen, die nicht SVPler sind. Hinten durch konnten wir zusammenspannen und konnten den Bundesrat dazu bringen. Aber sie hören nicht auf, machen weiter. Aber hoffnungsvoll sein, aber der Köppel hat recht. Das müssen die Bürger dann halt. Die Volksabstimmung heisst Bürger. Und wir sind nicht ganz sicher, ob man immer die Mehrheit herbringt. Also 1992 hier bei der EWR-Abstimmung, der EU-Abstimmung, das war 50,04 Prozent. Die Bevölkerung, zwei Drittel der Kantone. Aber das wollen sie auch noch abschaffen, dass die Kantone nicht mehr zählen. Ah, ich bin zuversichtlich, aber ich weiss nicht, wie lange das noch gehen muss. Ja, das Volksrecht abschaffen. Sie sagen an der Staatssäule. Ich gehöre immer wieder, es sei ein Auslaufmodell. Also Neutralität, Unabhängigkeit, die direkte Demokratie, den Föderalismus. Das sei in einer globalisierten und vernetzten Welt, sei das nicht mehr möglich. Herr Nationalratköppel, was sagen Sie dazu? Ja, das sind alle so die Sprüche. Der eine bettet zum anderen an und der andere schreibt zum anderen ab. Das klingt noch gut. Es schmeichelt natürlich auch einem Journalisten und Politiker, wenn du das Rad neu erfinden kannst. Du kannst sagen, alles ist ein alter Zopf und ich bin die Zukunft und ich bin das Grossartige. Aber ich glaube, das sind alles auch ein bisschen Symptome von einer, ja, wohlstandsverwahrlosten Zeit. Wenn es den Leuten gut geht, vor allem auch in der Politik, auch in der Firma, auch in der Familie, du merkst es eben gar nicht, wie du abhebst. Du fängst an, dich von gewissen Grundsätzen zu entfernen. Aber ich bin auch sehr zuversichtlich. Das muss ich sagen. Ich bin extrem zuversichtlich, weil das sind sicher viele SVP-Sympathisanten da drin. Und es gibt zum Teil so Veranstaltete, SVP, die sagen, wir werden da so angegriffen und ich weiss nicht was, wir müssen schauen und so weiter. Aber wenn sie zurückgehen in die Zeit, wo jetzt Christoph Blocher damals den EWR bekämpft hat, ich meine, der hat ja nicht einmal in der SVP die Mehrheit gehabt. Die sind ja noch in sich, ist da ja noch ein anderer Flügel gewesen. Man hat SVPler im Bundesrat gehabt, die gesagt haben, wir müssen in die Europäische Union rein. Das ist denen heute zum Teil ein bisschen peinlich. Macht ja nichts, macht auch nichts. Was habe ich alles schon für ein Kabis erzählt in der Vergangenheit? Wenn man mir das alles um die Ohren schlagen würde, dann wäre ich ja auch erledigt. Wenn man nach Unfehlbarkeit strebt. Damals ist es gelungen, gegen extreme Anfindungen, die ich noch von aussen erlebt habe. SVP ist Giftschrank 1, Giftschrank 1 war, das hast du gar nicht einmal in die Hand. Was? Was sind die? Nein. Du auch? Nein. Also bist du gut. Nein. Und das hat sich schon verändert. Also da ist viel mehr Zustimmung und viel mehr. Und wir haben nicht mehr die Stimmung, dass wir nicht existieren, dass wir nicht existieren, dass wir nicht existieren. Von 1992. Und auch interessant, es steht ja niemand in Bern an und sagt, ich bin gegen die Neutralität. Ich bin für den EU-Beitritt. Das getraut sich niemand mehr zu sagen. Aber das macht es eben auch gefährlicher. Sie müssen aufpassen. Heute sagt man ihnen, na ja, ich bin für die Neutralität. Das ist die kooperative, aktive, transparente, konspirative, transpirierende Neutralität. Darum sage ich immer, wenn sie in Bern anfangen, die Fremdwörter brauchen, dann musst du den Sack messen, zum Sack raus. Dann wird es gefährlich. Aber es kommt gut. Liebe Esther, du bist ja seit jungen Jahren schon politisch aktiv und interessiert. Wie schätzt du oder wie siehst du den Stimmungswandel, den jetzt der Herr Nationalrat Köppel beschrieben hat? Wenn du vergleichst, da zumal, als du angefangen hast und heute, dass la Suisse ne existe, heute jetzt im Nationalrat und da zumal im Landrat oder wie hat das geheißen, da Jugendrat? Jugendrat. Jugendrat. In Worb, oder? Genau, ja. Wenn ich zurückdenke, warum ich eigentlich politisch aktiv wurde, und wenn mich das heute auch die Leute fragen, dann sage ich das immer, das ist die Liebe zu diesem Land, die Liebe zu dieser Schweiz, und das haben wir uns ja heute Abend gehört, das Land, die Schweiz, ist so einzigartig, und ich finde, allein durch das lohnt es sich jeden Tag, jeden Morgen aufzustehen und denken, ich will meinen Beitrag leisten, dass die Schweiz so wunderschön bleibt, ich will meinen Beitrag leisten, damit unsere Gesellschaft, die Werte, die die Schweiz gross gemacht hat und die für die Schweiz wichtig sind, damit diese Werte erhalten bleiben können. Daher hat mich schon politisiert, mit 15, als ich angefangen habe, auf die Gemeindestufe, wo ich einen Beitrag leisten wollte, in dieser Gemeinde, zu einer Gesellschaft, wo ich sehr aktiv haben wollte, mitwirken im Vereinsleben, und das treibt mich bis heute an, und ich glaube, das treibt uns alle da auf der Bühne an, das ist wirklich die Liebe zu diesem Land, die Liebe zu unserer Heimat, und die Liebe, dass wir die Einzigartigkeit von unserem Land auch aufrechterhalten können, und das können wir nur, und das ist ja heute Abend auch schon gut gesagt worden, und das denke ich, ist ganz wichtig, wenn die Bürgerinnen und Bürger aufstehen, wenn die Bürgerinnen und Bürger mithelfen, das Land in die richtige Richtung zu bringen, weil ich bin seit 2019 im Nationalrat in Bern, dort hat es ja so einen ziemlichen Linksrutsch gegeben, und da erlebe ich einfach, da hat es ganz viele von den Nationalrätinnen und Nationalräten, die haben noch gar nie gearbeitet, die wissen gar nicht, was es bedeutet, jeden Tag aufzustehen, und schauen, dass man das Leben selber bestreiten kann, und ich sage immer, das Milizparlament, das ist zentral für unser Land, ich bin selber Unternehmerin, muss selber jeden Monat viel Lohn zahlen, und das Miliz, dass ich eben nicht abhängig bin, von der Politik, sondern, dass man eben wirklich, ein bisschen rauskommt, aus dieser Politik, Stickerblasen, das ist mir ganz wichtig, und ich möchte mich wirklich gerne in Zukunft für den Ständerat einsetzen, damit wir die Miliz in der Schweiz aufrechterhalten können, aber eben auch aus der Liebe zu diesem Land, damit wir unsere Gesellschaften so weiterbringen können, dass die Schweiz unabhängig bleiben kann, und dass die Freiheit von den Bürgerinnen und Bürgern auch gewahrt bleibt. Vielen Dank. Ich habe gestern Abend, als Vorbereitung, mental für heute, das Interview von Dirk Klos, im SRF, und dann hat sie die Journalistin gefragt, sie sind Gastronomin und Unternehmerin, sind denn sie wirklich Gastronomin? Ich kann ihnen also sagen, wenn sie im Haus der Freiheit sind, es gibt keinen Tag, wo der St. Friedrich nicht am Servieren ist, kein einziger. Aber im Schweizer Radio musst du manchmal fragen, wenn einer mit so einer Frage kommt, sind sie eigentlich Gastronomin? Müsstest du ihm eigentlich sagen, ich bin sicher eher Gastronomin als sie Journalistin? Aber das ist... Ich bewundere immer wieder das Selbstvertrauen, das den Kollegen dort. Ja, bitte. Ich öffne die Runde. Wenn Sie eine Frage haben, strecken Sie die Hand hoch. Der Kollege kommt vorbei. Er wählt die Fragenden aus. Er holt mit dem Mikrofon. Schätzte Männer und Frauen und geschätzte Damen und Herren auf der Bühne, ein Problem beschäftigt mich. Die EU beschäftigt mich auch. Die EU beschäftigt mich auch. Die Klima beschäftigt mich auch. Die gewaltige Zuwanderung in einem Jahr 150'000 Menschen, das heißt sechsmal Griffe wie Rapperspiel. Wie geht das weiter? Wie sehen Sie das? Danke. Und wer richtet Sie die Frage? Ich möchte sagen, ich möchte die Frage vor allem an die besten Fälle richten, weil Sie dann oben auch eine solche Frage aus abpacken müssen. Ich kenne Ihren Standpunkt, aber was machen Sie jetzt auch noch? Wie siehst du das ist? Ja, die unkontrollierte Zuwanderung, darüber haben wir ja mal abgestimmt. 2014, ihr erinnert euch noch, Massen-Einwanderungs-Initiativen, Volk und Stände haben diese angenommen. Und was ist passiert? Das Parlament weigert sich und der Bundesrat, diese Initiativen umzusetzen. Das ist bis heute eine von diesen Initiativen, die nicht umgesetzt worden ist. Das stelle ich halt auch fest in Bern. Man macht es manchmal ein bisschen situativ. Es gibt Initiativen, die tut man schon umsetzen, bevor man es überhaupt darüber abgestimmt hat. Das erleben wir eben eigentlich mehr, wenn wir ein bisschen schauen, die Initiativen, die vor allem von der linken Seite kommen, die werden im Vorauseilenden gehorsam umgesetzt. Und die Massen-Einwanderung ist nicht umgesetzt. Und eigentlich gibt es den Verfassungsartikel, der besteht seit 2014 und nicht umgesetzt worden ist. Das ist mein erster und wichtiges Anliegen, dem Bundesrat immer wieder darauf hinzuweisen, dass er jetzt in der Pflicht ist, die Volksinitiative und die Verfassung umzusetzen. Es ist in der Pflicht vom Bundesrat und natürlich auch vom Parlament. Ich glaube, das ist mal etwas, das wir wieder ganz verstärkt müssen, Druck aufsetzen, damit das auch gemacht wird. Und dazu ist es natürlich auch wichtig, dass die SVP gestärkt wird bei den Wahlen, weil wenn wir mehr Leute von der SVP sind, dann haben wir auch mehr Kraft, dass wir schauen können, dass der Verfassungsartikel endlich umgesetzt wird. Das ist für mich das ganz zentrale und das wichtige Anliegen. Und was natürlich mir wirklich Sorgen macht, mit dieser unkontrollierten Einwanderung im Moment, mit diesem Bevölkerungswachstum, das ist vor allem auch bei der illegalen Migration, die wir haben. Das sagt man ja dann immer, ich bin ja jeden Abend auf Podien unterwegs, dann sagen meine Mitbewerberinnen, es braucht mehr Fachkräfte. Und ich sage dann immer, viele, gerade die, die kommen, durch die illegale Migration, das sind ja nicht die Fachkräfte, die wir möchten, sondern das sind Leute, die hierher kommen, vor allem dann auch von unserem Sozialstaat profitieren, und das wollen wir nicht. Dort müssen wir rigoros die Tür greifen, viel mehr auch auf den Bereich der Ausschaffungen Massnahmen ergreifen. Ich finde, die illegale Migration, dort haben wir in den letzten Jahren geschlafen, dort haben wir nichts gemacht, und an diesem Punkt, finde ich, müssen wir dringend wieder ein Handlungsheft in die Hand nehmen. Also für mich sind zwei Sachen wichtig, Umsetzung von diesem Verfassungsartikel und im Bereich der illegalen Migration, und der dritte Punkt ist noch die ganze Asylpolitik, die auch so, wie sie im Moment läuft, aus dem Ruder läuft, und dort müssen wir das Thema eigentlich in einem grösseren Kontext angehen. Die SVP hat ja gerade vor kurzem sehr ein wichtiges und gutes neues Papier gemacht, zu der Asylpolitik, weil man sagen, es kommen ja im Moment eigentlich nicht die, die an Leib und Leben bedroht sind, sondern es kommen hauptsächlich die Wirtschaftsmigranten, und dort müssen wir das System neu ändern, dass wir denen, die an Leib und Leben bedroht sind, denen sollte man helfen, und zwar viel verstärkt vor Ort, und nicht schauen, dass die Leute über ganz viele sichere Länder in die Schweiz kommen. Mit der aktuellen Asylpolitik unterstützen wir primär Schlepperbanden und Kriminelle unterstützen. Das ist ja hochinteressant. Ich meine, das Thema ist ja, das ist das Thema, auch übrigens in ganz Europa, das ist übrigens das Thema, das die SVP als erste Partei überhaupt aufs Tabet gebracht hat. Es hat gesagt, sie sind alles fürchterliche Rassisten und all das Zeugs. Dabei hat man einfach die praktischen Probleme angeschaut. Und da muss man vielleicht noch ein paar Bemerkungen dazu, Zusatzbemerkungen. Punkt eins. Wir haben die grösste Zuwanderung überhaupt, also Nettozuwanderung, Riesenzahl, Sie haben die Zahlen in absolut, also wie viele da rein kommen, das ist unglaublich viel. Also unglaubliche Zuwanderung und gleichzeitig der grösste Fachkräftemangel. Also Argument eins, also wenn die Zuwanderung irgendetwas damit zu tun hat, in den Fachkräftemangel zu beheben, dann ist es das erfolgloseste Konzept, das man jeder Schweiz ausprobiert hat. Das wird Ihnen immer erzählt, wir brauchen die Fachkräfte. Bevor wir Personenfreizügigkeit mit der EU gehabt haben, hat die Schweiz nie einen Fachkräftemangel gehabt. Seit wir die überbordende Zuwanderung haben, haben wir einen Fachkräftemangel. Bemerkung zwei, warum haben wir einen Fachkräftemangel? Weil der Staat immer mehr Fachkräfte absaugt. Das ist kürzlich eine sehr interessante Studie von einem früheren UBS-Banker rausgekommen. Und drittens, was kannst du eigentlich machen? Und ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt nicht meine Idee, ich habe die Idee aufgeschnappt von einem Redner der SVP, der hat an einer Veranstaltung, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, eine interessante Veranstaltung, halbis Gütlietagung. Ich finde, ab und zu findet regelmässig statt. Es tritt immer so einer auf, dann schreiben Sie dem viel und alle regen sich auf und so weiter. Ich weiss auch nicht. Und der hat, ah, da sitzt er. Und er hat dort gesagt, er hat gesagt, Christoph, ich finde, er hat völlig recht, die Schweiz muss auch zur Unabhängigkeit zurück in der Migration. Und das heisst, wir müssen eigentlich Kraft haben, Schengen und Dublin aufzukünden. Wir müssen aus diesen institutionellen, gescheiterten Systemen raus. Und wir müssen natürlich das, auf der Grundlage von diesem Verfassungsartikel, die Personenfreizügigkeit wieder eindämen. Und das ist so wichtig mit dieser institutionellen Geschichte mit der EU. Weil institutionelle Abkommen, Anbindungsabkommen mit der EU heissen ganz konkret noch mehr Zuwanderung. Weil dann hat die EU die Regie über Zuwanderung. Und wir haben sie gar nicht mehr. Wir haben sie jetzt schon beim Asylwesen preisgegeben. Wir haben sie zum Teil bei der Grenzkontrolle preisgegeben. Und dort möchten wir sie dann auch mit der Personenfreizügigkeit gänzlich preisgeben. Und dann ist fertig. Dann hast du da nachher dich den Stress. Und jetzt hat eine von der ETH, eine von deinen Professorinnen, Michailo, hat gesagt, in der NZZ, ja, das sei überhaupt kein Problem, 16 Millionen Schweiz. 16 Millionen Schweiz. Ja, klar. Wenn du da rein willst, die Schweiz zu einem Parkhaus machen, zu einem Gesamtparkhaus für Menschen, dann vielleicht schon mal so. Also das ist ganz wichtig. Und die einzige Partei, auch wenn wir auch nicht perfekt sind, das muss man klar sagen, die SVP sind auch nur Menschen, ist ja auch klar. Aber es ist leider, sind wir die Einzigen in Bern, wo sie da überhaupt noch ein Gewehr haben. Und ich verfreue mich, ein bisschen peinlich, das so zu sagen, wie das klingt so, ja, Rauchen ist gesund, gezeichnet Dr. Marlboro. Das meine ich nicht. Es ist ja so. Die SVP sind die Einzigen, die du dich verlassen kannst, plus noch ein paar Handverlesene in zum Teil anderen Parteien. Aber so muss es passieren. Also wählen, schenken Dublin weg und das anderen umsetzen, die wir eigentlich schon verabschiedet haben. Sie sehen auch, wie das zugeht in Bern. Ich war ja im Bundesrat in Schengen, Dublin. Bevor ich gekommen bin, habe ich schon gesagt, ich bin dagegen und ich bin auch selbstverständlich im Bundesrat dagegen gewesen. Das ist ja dann auch rausgekommen. Und das hat man ja da schon gesehen, das kann gar nicht funktionieren. Schengen, Dublin hat gesagt, wir machen Schengen, das sind Aussengrenzen. Die machen wir dicht. Kann niemand mehr hier kommen, von dort. Darum haben wir die Grenzen innerhalb von Europa auf. Ich habe mit Polen gesprochen, hier zum Morgen, mit dem Staatspräsidenten, weil der ist ja hier in die Schweiz gekommen. Er hat dann gesagt, wir können doch nicht das dicht machen. Wir haben doch einen kleinen Grenzverkehr mit der Ukraine. Wie wollen wir jetzt da völlig dicht machen? Ich habe dann gesagt, wenn wir dicht machen, dann können wir nicht dicht machen. Dann ist ja alles ist ja dann hinfällig. Dann ist die zweite Kunde gesagt, dort wo ein Ausländer von aussen kommt, über die dicht gemachte Grenze, die eben nicht dicht ist, im ersten Land, wo er ist, muss der registriert werden. Und dort, wo er registriert ist, die müssen ihn immer zurücknehmen. Da habe ich gesagt, und dann hat es die Schlaue im Berg gesagt, in dem Fall haben wir ja gar keine Asylsuchende mehr. Weil alle, die kommen, müssen ja durch andere Länder durch. Dann sind ja die registriert. Da habe ich gesagt, ihr glauben doch nicht, dass das klappt. Ungarn, die an der Grenze ist, muss alle registrieren und dann behalten. Griechenland, alle registrieren und behalten. Italien, alle Afrikaner, die kommen, das macht doch ein Land nicht. das ist doch, das ist doch, der sagt, ich muss ja nicht registrieren, das müssen wir dich nicht behalten. So läuft es doch. Aber das hast du doch schon von weitem gesehen, dass das nicht passieren kann, oder? Dann gehen sie weiter, dann kommen sie von Italien in die Schweiz. Dann sagt die Schweiz, die sind ja in Italien gewesen, sagt die Italien, wir wissen nichts von dem. Dann sagt, Aber wir haben doch keinen Grenzschutz. Weil die sitzen ja in den Zug und die verschrecken, auch wenn sie in Zürich ankommen. Weil gar niemand sich um sie kümmert. Es ist ein System, das nicht funktionieren kann. Ich meine, da muss ja nicht einer, da muss ja nicht eine Prophetie und eine besondere Ausbildung haben. Das kann ja nicht funktionieren. Und wir haben alle Grenzen abgeschafft und dürfen es gar nicht kontrollieren. Das ist verboten. Du erfährst du bei der Grenze, ich weiss nicht, wie weit die Distanz ist, ob ein Kilometer oder weiss ich was. Und dann hat man gesagt, ja, das ist dann, im Land hinein kontrolliert man es dann, oder? Ich sage, ja, das ist ja wirklich gut, im Land hinein kontrollieren. Und darum haben wir diese Missstände. Wir haben diese Missstände. Wir profitieren im Moment noch ein bisschen so, dass ein Haufen sagen, wir wollen gerade auf Deutschland, weil sie gehen in die Länder, wo sie Leute kennen. Also sie sagen, wir kennen einen, der uns angerufen hat, komm du, komm du auf Deutschland, dann sind sie in Deutschland. Sie sagen die Deutschen, das geht nicht mehr. Jetzt sagen sie in Bern, jetzt wird es dann gut, jetzt verteilt man dann alle gleichmässig auf alle Länder. wir wollen ja wieder schauen, wie das wieder nicht geht. Und darum sind, und ich höre in allen Ländern, alle merken, dass es nicht geht. Jetzt wird die Schweiz eine mutige Tat und sagen, fertig mit dem Kabis. Wir als kleines Land gehen zu, dass das ein Kabis ist. Und wir machen das nicht mehr. Wir machen Grenzkontrollen. Es steht ja schon in dem Vertrag, wo wir abschliessen mussten. Im Krisenfall kann man das machen. Wir erklären den Krisenfall. Bei dieser verrückten Zuwanderung geht das nicht mehr. Wir machen wieder Grenzkontrollen. Und wir empfehlen euch, macht das auch. Da kann ich euch sagen, wenn wir das konsequent machen, da gehen es kein Jahr, würden alle Länder mitmachen um uns herum. Die Deutschen vielleicht am längsten nicht, das ist klar, das ist der Idealismus, wir schaffen das. Gut. Aber die anderen, weil alle merken, ja, es geht nicht. Wir hatten eine Tagung, da war die Chefin vom Migrationsamt. Dann hat sie gesagt, ja, es funktioniert eben nicht. Die Italiener haben gesagt, wir nehmen keine mehr zurück. Die Ungarn registrieren nicht. Ich sage, würden sie es registrieren? Also wenn ich jetzt Ungarn wäre, würde ich sagen, nein. Wenn ja alle, die hierher kommen, die die Grenzen nicht schützen, oder? Sie haben doch gesagt, das macht eine zentrale, Frontex macht das. Und die haben die nicht geschützt. Dann kommen alle da rein. Und wenn ich die registriere, muss ich alle wieder zurücknehmen. Das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Und da bin ich überzeugt, dass es kommt. Wir haben es vorhin ein Stück weit gehört, wir haben ja riesige Zuwanderung, also das letzte Jahr 250'000, habe ich einmal gehört, und auch jetzt wird nach wie vor entsprechend ganz viel von Richtung Afrika hierher kommen, weil die Tunnel haben es riesige andere Probleme. Ich hätte jetzt einfach grundsätzlich eine Frage an die Damen und Herren, Vertreter von Bern, respektive die zukünftige Standesvertreterin, was macht man dagegen? Oder hat es allenfalls schon Lösungsvorsätze in Richtung Fachkräftemangel? Die ganze Wirtschaft, hier zu Ringel herum, ruft ja, wir haben zu wenig Leute, wir haben in die Richtung, also wir haben totales Fachkräftemangel, auch in den Spitälern usw. x Unternehmer erzählen genau das gleiche Geschichte. Gleichzeitig auf der anderen Seite eben die riesige Zuwanderung, mit entsprechend, dort sollte es ja auch, denke ich, ausgebildete Leute haben. Wieso geht man nicht dort an oder allenfalls suche ich dort eine Lösung? Aber einfach nochmal die Frage, ist in Bern, ob man schon etwas angedenkt in die Richtung oder ist man da auch noch weiter weg und weiss keine Lösung? Danke. Also Fachkräftemangel ist, das hat vorher der Roger Köppel richtig gesagt, noch mehr Zuwanderung ist überhaupt nicht die Lösung zur Behebung vom Fachkräftemangel. Ich habe das vor kurzem in der Arena ausgeführt, es gibt ja wie eine Spirale, in der wir uns drinnen bewegen, es kommen immer mehr Leute und immer die mehr Leute, die kommen, dann kommt die Familie, irgendwo her mit zwei Kindern, dann brauchen die wieder mehr Lehrpersonen, weil die brauchen die Schule, die brauchen eine neue Wohnung, die brauchen mehr Essen, das heisst, der Becker braucht mehr, der Metzger braucht mehr, also mehr Leute tut eigentlich den Fachkräftemangel nur antreiben, das ist überhaupt nicht die Lösung. Ich bin überzeugt, die Lösung liegt eher in anderen Bereichen. Zuerst, und das ist ganz wichtig, unsere Hauptressourcen, das ist ja die Bildung, die wir haben, das gutes Bildungswesen, und dort ist es mir ein grosses Anliegen, dass wir vor allem die Berufsbildung stärken. Wir müssen schauen, dass es noch Junge gibt, die eine Berufsbildung machen, die einen Beruf lehren, die man dann eben auch einsetzen kann, im Alltag, und nicht, dass immer mehr nur die Matura gehen und die Universitäten. Dort finde ich, in der Berufsbildung, das ist unsere ganz grosse Chance. Und wir müssen, der zweite Schritt, und das ist mir auch ganz wichtig, und ich sage, dort bin ich ganz tief überzeugt, dass die bürgerlichen Werte eben auch wichtig sind, wir müssen einen Staat haben, und ein politisches System, wenn man geht arbeiten, wenn man am Morgen aufsteht, und wenn man seinen Lebensunterhalt selber bestreitet, dass sich das auch lohnt. Es kann nicht sein, dass die nebenzu, die auf der faulen Haut sitzen, und nichts machen, dass die eigentlich gleichgestellt werden, finden, Arbeit muss sich lohnen, wir müssen die, die arbeiten, die müssen wir belohnen, und da ist unser Steuersystem im Moment nicht richtig ausgelegt, wir haben viele Sachen, eigentlich wird man heute eher belohnt, wenn man nur Teilzeit arbeitet, ich glaube, dort müssen wir wirklich anreizwider schaffen, dass die Leute bereit sind, und ich rede nicht von denen, die Kinder haben, oder auch noch zu ihren Kindern schauen, sondern, was mir wirklich Sorgen macht, wenn ich so ein bisschen feststelle, dass junge Leute, mittelalterliche Leute in meinem Alter, eigentlich könnten 100% arbeiten, aber nur 50% arbeiten wollen und sonst irgendwo noch das Leben geniessen, also wir müssen den Ansporn auch wieder haben, dass wir alle bereit sind, einen Beitrag zu leisten zum Wohlstand von diesem Land, und da möchte ich mich einsetzen, gerade für die bürgerlichen Werte, dass es sich eben Arbeit auch wieder lohnt. Wir würden jetzt zu der letzten Frage kommen, das Mikrofon ist, glaube ich, schon noch jemand. Haben wir zwei Mikrofone? Aha. Dann können wir zwei letzte Fragen stellen. Gut, dann machen wir zwei letzte Fragen. Okay. Wollen Sie zuerst, oder darf ich zuerst? Also, Frau Friedli, Sie gehen jetzt dann auf Bern als Ständerätin, Sie stören sich zu Recht an der Umsetzung des Rechts in unserem Land, bis auf die Stufe Verfassungsrecht, wenn wir jetzt hier die Masseninwanderungsinitiative nehmen. Haben Sie schon einmal darüber nachgedenkt, ob die Schweiz nicht auch profitieren können von einem Verfassungsgericht? Ein Verfassungsgericht wird ja immer wieder diskutiert, in dem Sinn grundsätzlich skeptisch gegenüber, weil ich sehe, dass die höchste Gewalt in unserem Land das Volk ist. Und das Volk wählt Parlamentarierinnen und Parlamentarier und wir Parlamentarier wählen dann wieder die Richter, die Richterinnen und Richter. Und wenn man eine Verfassungsgerichtbarkeit hat, stellt man ja das Gericht viel höher stellen, als es eigentlich heute ist. Und da habe ich meine Bedenken, auch im Hinblick, wenn ich manchmal gewisse Urteile gerade vom Bundesgericht anschauen, dass sie eigentlich gar nicht die Rechtsprechung machen in diesem Sinne, sondern auch noch die Politik machen wollen. Und eigentlich ist ja die Gerichte die vierte Gewalt, sie sind nicht die, die Politik machen sollten, sondern sie sollten schauen, dass man die Gesetze auch korrekt anwenden. Darum ist, ich finde, es ist die Aufgabe von uns Parlamentarierinnen und Parlamentariern, die Verfassung einzuhalten. Wir schwören ja alle, wenn wir das Amt annehmen, am ersten Tag, am 2. Dezember 2019, das ist mir extrem eingefahren, wenn wir davor im Nationalrat aufgestanden sind und auf die Verfassung geschworen haben. Und es ist die Aufgabe von uns Parlamentarierinnen und Parlamentariern, sei es im Ständerat oder im Nationalrat sicherzustellen, dass die Verfassung auch eingehalten wird. Wir haben schon ein Verfassungsgericht. Da kommt eine Ergänzung. Wir haben ein Verfassungsgericht. Wir haben ein Verfassungsgericht in der Schweiz. Das sind Sie. Sie sind das Verfassungsgericht. Wenn es in Bern oben etwas nicht umsetzen, dann können wir es in der Schweiz korrigieren. Und da sind auch der oberste Gralshüter der Schweizerischen Verfassung, ist das Volk. Das ist auch der absolute Sonderfall. Das gibt es, glaube ich, so in dieser Form auch nie auf der Welt. Und das geht bis zurück auf 1291, wo sich die Eidgenossenschaft als Gemeinschaft, als Genossenschaft des Rechts konstituiert hat. Wo nämlich die Eidgenossen gesagt haben, wir können uns selber Gesetze geben. Wir brauchen keine Könige, wir brauchen keinen Päpst, wir brauchen keinen, gut, Päpst hat es noch gehabt dort, wir brauchen keinen obersten Gerichtshof. Und das, glaube ich, ist ganz ein wichtiger Gedanke, dass wir dort auch die Verantwortung sind, die wir als Schweizer haben, ganz genau zu schauen, wenn Politiker sich von der Verfassung entfernen, nach unserem Empfinden, dem ist wiederum der Bürger aufgerufen, seine Verantwortung wahrzunehmen. Also wir haben das Verfassungsgericht, wir sind die Häuter der Menschenrechte, wir sind die Häuter der Verfassung, das sind wir Schweizer. Und da würde ich mich auch dagegen stellen, dass wir das delegieren würden an eine Instanz, an eine Übergeordnete, die dann über dem Volk steht. Das ist die Gefahr von so einem Verfassungsgericht, dass sie dann wie eine neue souveräne Gewalt aufbauen im Staat. Aber wir müssen den Leuten sagen, ihr müsst halt diejenigen nicht mehr wählen, die das in die Verfassung nicht einhalten. Aber sie wählen es ja gleich mal. Wählen es gleich mal. Also ich bin konzeptlich zu sein, dass es funktioniert ja offenbar einfach schlecht, sagt Frau Friedling. Und weil ich gesagt habe, dass Frau Friedling als Standesverträger von Kant und St. Gallen haben müssen, was man dort auch irgendwie machen könnte, dass der gesprochene Recht und verfassungsmässig festgelegte Recht immer entsprochen wird. Sie hätten einen Antwort gegeben, der Herr Köppler auch einen Antwort gegeben, um mich der zu rüber. Wählen Sie die Frau Friedling. Ja, dann ist gut. Ja, wir kommen jetzt zu der letzten Frage. Also, meine Damen und Herren, der Roger Köppler hat vorhin gesagt, es gab handerlesene, ausgelesene Leute noch neben der SVP. Und es gibt doch noch eine Partei, die ist nicht gerade so gross wie die SVP, aber das ist eine EDU, Eidgenössisch Demokratische Union. Und ich bin dort auch dabei. Und ich bin einer von diesen ähnlichen Werdegangen gemacht, wie der Roger Köppl. Ich war bei der Alternativen Bewegung vor 50 Jahren. Ich habe auch geholfen, die Alusammlungssache. Ich war bis in Bern im Vorstand für die Alusammelbewegung und der Recyclingbewegung und so weiter. Bin ich heute nicht dafür, das war eine gute Sache. Aber dann haben wir Gretel, Lehrer und andere Leute, Frauen, Lehrerinnen, in dieser Gremium, im Zürich-Operland zum Teil auch, haben sie immer gesagt, der Blocher, das ist ein Fimpel gewesen dort. Und ich habe immer gedacht, wer ist denn der Blocher? Warum reden die alle so schlecht über den Blocher? Und ich habe irgendwann, Herr Blocher, ich spät einmal festgestellt, das ist ja gar nicht so ein verrückter Kerl. Ich habe das gar nicht richtig realisiert. Ich habe ihn auch nicht kennengelernt, aber jetzt kennen. Und er hat uns geholfen für die Schweiz. Ich möchte nur sagen, es gibt noch eine Initiative, Covid-19, die weiterverbrechen, dass man es 24, also verlängert. Hört ihr da auch? Könnt ihr das auch unterstützen, dass man diese Initiative lanciert oder unterstützt, damit man bis auf 24 dem Bundesrat und der Behörde die Macht wegnehmt? Was meinen Sie jetzt da? Welches Gesetz? Es ist glaube ich, Sie meinen das Referendum in Bezug zum Covid-Gesetz. Ja, Referendum zum Covid-Gesetz, genau. Ja, fast alle Mitglieder der SVP-Fraktion haben die Verlängerung des Covid-Gesetzes abgelehnt. Also heute habe ich gerade einen Brief bekommen. Heute habe ich einen Brief von der SVP, die SVP Lenisab, also das Gesetz. Also es sagt für das Referendum und bitte zum Unterschreiben. Das habe ich heute von Bern bekommen. Aber ich bin nicht der Einzige, das hat noch andere. Und was Sie sagen mit der Rede und der Stimme, mit denen haben wir jahrelang zusammengearbeitet. Ihr verhebt auch. Also in dieser Frage, verhebt ihr gut in der Unabhängigkeit der Schweiz, haben wir ja kein Problem. Wir müssen einfach auch Listenverbindungen machen, das ist auch wichtig. Dass wenn die vorige Stimme ist, das sollte wieder bei euch oder bei uns sein. Das ist eigentlich der Punkt. Unterleistenverbindungen sind wichtig. Wir denken auch selber, wir haben auch eigene Meinung. Aber meistens wird es mit der SVP im Ernst übereinstimmen und dann unterstützen wir euch. Und wenn es eine Leistverbindung gibt, unterstützen wir euch. Ich werde auch froh, wenn ihr uns unterstützt, wenn wir auch ein bisschen Bedarf hätten, dass wir auch mal einen Nationalrat könnten stellen. Nicht nur einen, sondern vielleicht zwei, drei, vier und dann haben wir einen grösseren Einfluss in Bern. Es kommt gut. Wenn wir noch einen Satz ergänzen dürfen. Das ist vielleicht schon auch noch wichtig. Also einfach aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, ich bin ja wirklich noch nicht so lange in einer Partei eigentlich drin. Ich bin ja lange eigentlich so ein bisschen als heimliches Mitfahr von der FDP mal angeguckt, mal einen Preis gewonnen von der Zürcher FDP. Den würde ich jetzt vermutlich jetzt wieder wieder wegnehmen wollen. Ich weiss nicht, nein. Aber ich glaube, das ist eben schon auch noch wichtig. Es gibt unterschiedliche Parteien und ich würde auch nicht sagen, ich meine, es gibt in allen Parteien, also in vielen Parteien gibt es eigentlich gute Leute, kann man sagen. Das ist nicht das Thema. Und ich möchte auch nicht, dass das so überkommt, oder die anderen und so, das kannst du vergessen. Nein, nein. Da gibt es schon eine andere. Aber ich kann einfach für mich persönlich reden und muss sagen, ich habe mir auch überlegen müssen, wo machst du mit und warum machst du nehmt es mit? Was ist eigentlich das Wesen von einer politischen Partei, wenn du nicht vielleicht vom Milieu her zu Hause ein bisschen von dem geprägt bist? Und für mich ist es schon wichtig, welche Parteien bieten eigentlich Gewähr dafür, dass das, was sie sagen, dann auch gemacht wird, mit einer gewissen höchsten Wahrscheinlichkeit. Und das ist eben etwas, was verrückt ist, wenn sie ein bisschen näher in das sehen. Und ich finde eben gerade, das hat mich an der SVP beeindruckt, dass das eine Partei war, die sehr intensiv an den Grundsätzen diskutiert hat, die sich auch diesen Fragen ernsthaft gestellt hat, die übrigens auch die Diskussion sehr breit führt. Entgegen dem Bild immer, ja, da hat der Christoph Blocher und marschiert da durch und sind in Praetorianergarden und ich weiss nicht was. Das sind ganz, ganz intensive Debatten, da wird auch gestritten, da gibt es Auseinandersetzungen. Wenn ich wieder irgendetwas schreibe, komme ich aufs Dach und schreibt jetzt der Köppel wieder für ein Seich. Haben wir wieder zwei Sitz verloren wegen Köppel? Ich bin immer verantwortlich, wenn den SVP Sitz verliert, aber meine Kollegen sind natürlich genial, wenn wir Sitz gewinnen. Das ist klar. Nein, also das ist mir schon auch wichtig. Bleiben Sie in der EDU, das ist gut, da kann man dort getrennt laufen und dann gemeinsam wieder zuschlagen. das ist super. Sie haben es gesagt, selber denken, selber entscheiden, ich denke, das ist wichtig. Man sagt immer, die SVP ist eine Neinsägerpartei und so viel Melancholie. Ich habe selten so viel Optimismus wie heute gesehen. Und ich will Ihnen eins sagen, und das gefällt mir Dr. Blocher, mit dem Wort von Albert Danker, und siehe, die Welt ist nicht verdammt. Es kommt gut, wenn man SVP wählt und die EDU kann man auch unterstützen. Ja, mir bleibt jetzt nichts mehr anders übrig, als Danken zu sagen. Den drei Referenten, ich habe hier noch etwas Kleines vorbereitet. also ich fange an mit dem Appenzeller Alpenbitter. Den habe ich das erste Mal, ich habe es vorhin gesagt, in meinem Leben mit dem Herr Dr. Blocher im Landesmuseum getrunken, und seitdem gibt es den immer. Herr Blocher, vielen herzlichen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Also, danke vielmals. Das ist ein Vorteil, wenn ich mit dem Bundesrat bin. Mit dem Bundesrat kannst du nur etwas annehmen, das du in einem Tag trinken oder essen kannst. Böse, jetzt zurückgegeben. So weit bin ich noch nicht. Sie sehen, ich habe zwei Blumenströße. Wir haben etwa mal gesagt, wenn Frau Blocher kommt, dann muss man ihr auch mal etwas paratlegen. Sie ist heute auch gleich krank, aber ich gebe Ihnen den mit. Der ist für Ihre Frau Malin. Wir wünschen Ihnen eine gute Besserung und alles Gute. Dann könnt ihr jetzt auch als Bundesrat entgegnen. Applaus Liebe Esther, der ist für dich. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Ich sehe gerade, ich habe noch deine Flasche Reifen. Ah, oh wow. Keine Appenzauer. Bei Tockeburg gäbe es ja Altmann bitter. Das stimmt, genau. Und jetzt, Black Chai Vanilla. Was könnte es anders sein? Danke für ihn. Super. Das ist der beste Tee, das ist der beste Tee der Welt. Das ist absurd. Das ist nicht nur im Journalismus, auch in der Tee-Produktion ist der Kanton St. Gallen Nummer eins. Jetzt will ich Sie noch etwas fragen. Ich habe das von Roger Köppel gelernt. Man macht immer ein Selfie, wenn man so von der Bühne steht und so viele Leute hat. Und ich würde gerne mit Ihnen drei ein Selfie machen, damit wir die Leute auch noch im Hintergrund haben. Ich mache das nur wegen meiner Ehefrau. Dass sie weiss, dass sie nicht ein Seich erzähle, wo ich am Abend war. Okay, danke. Vielen Dank. Kommen Sie gut nach Hause. Und auf der Appel warten wir Sie noch ein. Herzlichen Dank an allen Helferinnen und Helfern. Daniela Fäh, Nick, Jovica, Cedric, meiner Mutter, meiner Mutter, meiner Schwester, ich kann gar nicht alle nennen. Bleiben Sie noch ein bisschen da und bis zum nächsten Mal. Applaus und Johannes вот die Zwei die увид wurde Von und die die